Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPBW. Die besten Podcasts der Welt. Der Star Trek Podcast. Mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek. Am Dienstag. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Wir nehmen euch heute wieder mit auf eine geheimnisvolle Reise durch den Kosmos. Er steigt ein in das Raumschiff Trek am Dienstag und fliegt mit uns vorbei an den Überresten von Supernovae. Supernovae. Er lebt die unheimliche Macht der Pulsare, wenn wir durch einen Spiralnebel zur übernächsten Galaxie aufbrechen. Doch die unergründbarsten Rätsel, das große Unbekannte, das liegt immer noch im Inneren von uns, in den Untiefen des menschlichen Bewusstseins. Ein solcher Mensch ist Simon. Hallo Simon. Hallo Sebastian. Ja, da habe ich nichts. Ich habe nichts. Ich habe einfach nichts. Ich sage nur schönen guten Tag und für diese wunderbare Einladung, Einleitung, Einladung zum Gespräch, Einleitung ins Gespräch. Sebastian und ihr da draußen auch herzlichst willkommen bei einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Herrlich. Simon, wie geht es dir heute Abend? Mir geht es ganz gut so. Also ich kann nicht klagen. Gut, gut, gut. Gut, ich überlege gerade, ob ich dir irgendwas Spannendes erzählen könnte, aber du willst, also ich könnte dir von meinem Kostenvoranschlag für den Zahnarzt berichten, aber das mache ich nicht. Teuer? Es geht. Es geht so? Es geht. Es sind nur kleine Dinge zu tun. Okay, okay. Keine große Renovierung. Die ist zum Glück nicht nötig. Besser ist das. Ja, aber trotzdem ist das natürlich nicht schön. Also egal. Ne, ich überlege gerade. Also ansonsten geht es mir gut. Mir ist tatsächlich ein bisschen warm, was am Wetter liegt. Weil hier, ja, es könnte ja auch sein, dass ich in der Sauna sitze und aufnehme. Aber es ist nicht so. Ich sitze hier und wir haben hier in Nürnberg gerade so ein ganz interessantes, eigentlich gefühlt seit drei Wochen ist das so, so ein Wetter, wo es richtig warm ist und richtig runterbrätst, ja. Und das wird gewechselt. Man wechselt sich ab mit Gewittern, Schauern und riesen Niederschlag. Und dann trocknet das wieder und dann kommt so eine Schwüle hier einfach, zieht hier durch meine heiligen Hallen. Und das könnte auch besser sein tatsächlich. Aber ansonsten, das sind alles so Luxusprobleme, ansonsten geht es mir gut. Und ich gebe die Frage zurück an dich, Sebastian. Wie sieht es bei dir so aus? Mir geht es richtig kacke, Simon, weil ich nämlich vorhin auf der Arbeit noch ans Telefon gegangen bin, als der Chef anrief. Als ich nämlich eigentlich hätte ins Auto steigen müssen, um nach Hause zu fahren. Und da ist es dann dazu gekommen, lieber Simon, liebe Zuhörers, dass ich meinen Schnuppelhasen Simon versetzt habe um eine halbe Stunde und gesagt habe, scheiße, ich bin zu spät. Das ist, glaube ich, in dieser Form so noch nicht vorgekommen. Nee, es ist aber bei mir schon oft vorgekommen, dass ich dich versetzen musste wegen irgendwas. Ja, also nicht so wahnsinnig oft, aber es ist öfter vorkommen. Deswegen, du hast noch mindestens zehnmal frei oder zwanzigmal frei, das zu machen. Aber du musst dich nicht schlecht fühlen, Sebastian. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Es ist alles, alles gut. Alles gut. Ich bin, alles gut. Und trotzdem taugt das ja nichts. Und dann geht es mir auch noch schlecht, weil jetzt gerade auch noch, jetzt wo wir schon so verspätet sind, hat die Katze so richtig einen Scheißhaufen rausgezimmert, den ich jetzt eben noch wegmachen muss, bevor es losgehen kann. Macht den doch einfach mal weg. Und an dieser Stelle, ihr Lieben da draußen, kann ich euch schon mal sagen, worum es bei uns geht. Für alle, die vielleicht zum ersten Mal zuhören. Wir sprechen über Star Trek. Wir sprechen über Star Trek Folgen. Wir erzählen die so ein bisschen nach, sagen dann unsere Meinungen zu diesen ganzen Dingen, die dort passieren. Wir kommen dann meistens zu einem Fazit. Wir haben noch ein paar andere Sachen, über die wir uns unterhalten. Zum Beispiel, wie es uns geht. Wir haben öfter auch mal diese Pausen, wenn Sebastians Katze sich entscheidet, einfach mal so einen Haufen zu setzen. Und das macht die irgendwie total oft während dieses Podcasts. Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Vielleicht sind das ja so Schwingungen, die sie wahrnimmt durch Sebastians Kopfhörer. Und dann denkt die sich um Gottes Willen und muss dann erst mal ablassen, sagt man ja. So ein Ablass muss sie dann machen. Ein Ablass für mich. Aber das ging total schnell. Sebastian ist jetzt wieder da. Jetzt öffnet er die Fenster. Jetzt ist er wieder weg. Das Coole ist, Sebastian sitzt ja noch auf so einem Schaukelstuhl. Er hat sich jetzt so einen neuen Stuhl bestellt. Der ist noch nicht da. Und dieser Schaukelstuhl, der wippt dann immer so. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist auch schwierig, einfach mal so eine Zeit zu überbrücken und dabei originell zu sein und vielleicht auch lustig. Das ist nicht leicht. Da muss man oft überlegen, muss auch Zeit schinden. Dabei bis einem Sachen dann einfallen, die vielleicht lustig wären oder die auch nicht lustig wären. Dann wiederholt man Wörter, Wörter wiederholt man öfter. Und ja, das ist dann so und so. Und die Zeit zieht sich. Ach, das ist langweilig. Und ja, was habe ich hier neben mir? Neben mir habe ich eine Tastatur. Guck mal, ich habe eine Tastatur hier. Hört ihr das? Eine Tastatur. Da kann man Melodien drauf spielen. Mache ich jetzt aber nicht, weil dann müsste ich ja das anders verkabeln oder hier umschalten und dann würdet ihr mich nicht mehr reden hören. Das wäre ja richtig schlimm, weil so gut, wie ich gerade rede und was ich für spannende Sachen erzähle, das ist, also das passt auf keine Kuhhaut. Jetzt hat sich Sebastian wieder zurückbequemt. Er schließt das Fenster wieder, zieht die Rollladen wieder runter und jetzt ist er wieder weg. Jetzt geht er nochmal. Er verlässt nochmal das Aufnahmebereich. Jetzt ist er wieder da, wird er jetzt hierbleiben. Er wird hierbleiben, meine Damen und Herren. Sebastian Göttling jetzt wieder für Sie da. Hallo. Hallo, Sebastian. Ich habe die Zeit jetzt überbrückt, mehr oder weniger, und ich glaube, wir sind jetzt echt auch schon durch mit dem Vorgeblick. Aber wirklich. Aber wirklich. Sieh mal, wir hatten ein Gewinnspiel. Wir hatten ein Gewinnspiel. Ja, das müssen wir vorweg schieben, genau. Genau. Mr. Riker. Mr. Riker. Wir haben euch gefragt, wie oft der Jean-Luc Picard seinen ersten Offizier innerhalb der Serie Mr. Riker nennt, weil da sind wir so drüber gestolpert, ne, weil normalerweise sagt er entweder Will oder er sagt Number One oder er sagt Commander Riker oder Commander, ne, das sind ja so, oder Riker, sagt er auch. Aber wie oft hat er ihn Mr. Riker genannt? Sebastian, ich kann verkünden, das hat jemand rausgefunden. Das haben sogar, wenn du das so möchtest, mehrere Leute rausgefunden. Denn die richtige Frage war, wir sollten die Frage nochmal so wiederholen, wie wir sie gesagt haben, wie oft sagt unser Jean zu Bill Mr. Riker? Denn wenn du sagst, wie oft nennt er ihn Mr. Riker, dann zählen ja auch die Male, wo er das jemand anderem gegenüber sagt, während er nicht anwesend ist. Das ist richtig, ja. Ja, und die zählen nicht. Eine Fangfrage sogar noch so ein bisschen, ne. Ja, genau, die zählen nämlich nicht. Wie oft sagt unser Jean Mr. Riker zu unserem Bill? Pass auf. Siebenmal. Siebenmal ist richtig, ja. Ich sag das mal ganz so, Mr. Riker fällt 18 Male, damit wir da kurz ein Buch drüber führen können. Coming of Age aus der ersten Staffel ist die absolute Mr. Riker Episode. Denn da sagt Dexter Ramek es viermal. Mr. Riker. Mr. Riker. Mr. Riker. Mr. Riker. Und der junge Drake sagt es einmal. Mr. Riker. Captain Cargahan sagt es einmal in A Matter of Honor. Mr. Riker. Der Klingonenchef. Wir erinnern uns da nochmal an The Price. Da gab es so einen schleimigen Belgier. Der sagt es zweimal. Mr. Riker. Das heißt, es bleiben zehn Male übrig, wo Patrick Stewart den Text Mr. Riker aufsagt. Aber wie gesagt, die Frage ist, wie oft sagt er das zum Bill? Im Coming of Age, in der Mr. Riker Episode, wird es nämlich noch ein sechstes Mal gesagt. Von Jean. Aber eben nicht zum Bill, sondern Jake gegenüber. Mr. Riker. Da waren es nur noch neun. Aber wir müssen auch natürlich die falschen Picards rausrechnen. Denn der falsche 50er Picard aus Allegiance nennt ihn auch einmal Mr. Riker. Mr. Riker. Das zählt nicht. Da waren es nur noch acht. Ein weiterer falscher Picard sagt es in Remember Me. Nämlich der in Beverlys schrumpfender Die Leute verschwinden alle Quantenrealitäts-Wortblase. Zählt auch nicht. Mr. Riker. Übrig bleiben sieben Male. Der echte Picard sagt es sieben Mal. Zum echten Riker. Zum echten Riker. Zweimal in der ersten Staffel. Mr. Riker. Mr. Riker. Einmal in der zweiten. Mr. Riker. Zweimal in der dritten. Mr. Riker. Mr. Riker. Und zweimal in der fünften. Mr. Riker. Mr. Riker. Und Simon, da wo es mir aufgefallen ist, bei New Ground, war das allerletzte Mal überhaupt. Von nun an und den Rest der Serie und in den Filmen wird nie wieder Mr. Riker gesagt. Von irgendwem. Wir gratulieren ganz herzlich dem Gewinner. Was hat er eigentlich gewonnen? Der Benjamin bekommt den Kunstdruck, den ich letztes Mal gezeigt habe. Ja, den Kunstdruck. Genau. Und wir gratulieren aber auch dem Michael from Outer Space. Der hat acht geraten und wunderschön erklärt. Nämlich. Und weil das sehr, sehr niggelig ist, finde ich, dass das eine Mal der Jean das eben nicht zum Bill, sondern zu dem Jack Curlin sagt, bekommt er auch ein Geschenk. Stark. Ein honorable Menschen Geschenk. Aber nicht den Kunstdruck, weil den gibt es nur einmal, der bekommt was anderes. Du weißt sicherlich, was er bekommt. Ich weiß das, ja. Und ich hoffe, er freut sich darüber. Ja. Und ja, schön, dass ihr mitgemacht habt bei diesem Spielchen. Die kommen sicherlich wieder. Also nicht traurig sein, wenn ihr diesmal nicht gewonnen habt. Wir werden das sicherlich nochmal wiederholen in, weiß ich nicht wann, wenn uns wieder was komisches einfällt. Oder wenn wir Preise für euch haben. Das, wir haben aber auch noch was, ja, Preise. Preise haben wir auch. Wir haben einen Preis, der recht teuer ist. Nämlich für das, was du baust. Und deswegen leite ich jetzt über zu unserer Rubrik. Bitte sehr. Ich baue mir ein Enterprise aus Schweinskopf-Sülze. Teil 12. Ja, Dankeschön. Ich habe ja in den letzten Malen, das war ja nicht so besonders überraschend, was da jeweils passiert ist. Da habe ich ja immer nur gesagt, ach komm, ja, er schon wieder mit seinem Gitternetz. Und ich bin total gespannt auf heute, ob sich das ändert oder ob es wieder so weitergeht. Pass auf, ich habe beim letzten Mal schon eine Prognose abgegeben, was heute passiert. Und deswegen machen wir heute die Rubrik so schnell wie noch nie, indem ich einfach sage, es stimmte. Ich habe an das Gitternetz hier, 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 an die Seiten neue Ohren angebaut. Und ich habe an das Enterprise-Achternstück, habe ich das letzte Stückchen Fenster eingesetzt. Also es war genauso wie vorhergesagt. Damit ist die Rubrik für diese Woche beendet. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, um Sebastian Sagen zu hören. Ich habe gerade gemerkt, wie ich auf so eine Rutsche ins Feuer gestiegen bin. Ich meine, das ist überhaupt nicht negativ, aber ich kann dieses Achtein-Stück bald nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Ja, halten wir es doch mal kurz, warum nicht. Da kommen sicherlich auch noch interessantere Teile, aber es war ja klar, dass irgendwann mal so eine Strecke kommt, weil da muss ja einfach diese große Disko-Sektion, die muss ja irgendwie gehalten werden. Und das passiert jetzt gerade. Also, dann würde ich sagen, schreiten wir mutigen, tollen, wie heißt das Wort? Wir gehen in die Folge. Wir gehen in die Folge. Genau, Sebastian. Was besprechen wir heute Schönes? Wir besprechen heute die Folge, wo ich mir nicht aufgeschrieben habe, wann die war. Scheiße. Es war die Folge Violations vom Februar 1992. 3. Februar 1992. Also, du warst fast richtig. Auf Deutsch wurde sie gesendet unter dem Titel Geistige Gewalt. Und das fand statt am 14. April Anno 1994. Gibt es das schon, das Spiel? Die Jahre des Erren. Was? Anno 1994? Weiß ich nicht. Ich würde das gerne spielen, Anno 1994. Kannst du so hier, unsere Geburtsstadt kannst du dann da so. Ja. Ihre Bewohner brauchen Tabak. Ihre Bewohner brauchen Videos. Tabak, dann gehen sie zu Wollsdorf. Ja, genau, genau. Erstmal musst du so ein Wollsdorf bauen. Weißt du, kein Kontor, sondern ein Wollsdorf. Und dann läuft das da. Daneben eine Trinkhalle. Dann hast du das, dann läuft das schon weiter. Ja, genau. Geschrieben hat das gute Stück natürlich auch, wer in diesem Fall, waren es mehrere. Ich sage jetzt erst mal, wer die Story geschrieben hat. Das sind schon drei Namen, die wir da hatten. Pamela Gray, Sherry Belafonte, nein, Sherry Goodhearts und T. Michael habe ich hier stehen. T. Michael. Die geheimnisvolle oder der geheimnisvolle T. Michael, ja, wer auch immer das sein mag. Ja, die haben sich hier zusammengetan, zwei unbeschriebene Blätter und die Sherry Goodhearts, die kennen wir von zwei eher düsteren Episoden, nämlich The Most Toys mit dem Sammler Kivas Fajo und Night Terrors mit Ein Mondkreuz und so. Und man muss sagen, das sind Folgen, die bleiben einem einfach im Gedächtnis, wegen ihrer sehr düsteren Art und Weise. Ja. Da innert man sich einfach dran. Also die ist mit dabei und ja, diese Folge hat auch einen sehr düsteren Einstich, würde ich sagen. Mhm. Also die grundlegende Geschichte, die uns hier erzählt wird, die ist ja sehr, sehr düster. Aus dem Ding ein Drehbuch gemacht haben, besagte Pamela Gray und die gute Jerry Taylor. Die haben aus dem Ding eine Story gemacht, die man dann verfilmen konnte tatsächlich. Und das war so ein Mentoring-Ding, denn die Pamela Gray war damals eine Praktikantin in den Büros bei Paramount und dann hat die große Chefin, die Jerry Taylor und die Praktikantin, hat die gesagt, komm, wir machen das jetzt mal zusammen. Und zwar packen wir ein sehr, sehr heißes Eisen in ein Science-Fiction-Gewand, war ihre Maßgabe daran. Ja, genau so fühlt sich diese Episode auch an. Ein sehr, sehr heißes Eisen, was wir in eine 45-minütige Serie packen, die edgy sein darf, aber auch nicht wirklich edgy. Ja, so sieht's aus, das kann man schon mal sagen. Und das ist sicherlich vielleicht auch eine Schwierigkeit dieser Folge. Aber gut, ich möchte nicht vorgreifen. Sebastian, hast du sonst noch irgendwelche Sachen, die du uns hier verraten möchtest? Ich finde so ein bisschen der Jeff. Ja, es gibt einen Charakter namens Jeff, nicht wie Jeff Smart mit Doppel-F, sondern mit einem V hinten. Jeff, der hat mich voll an Owen Wilson erinnert. Ja, er redet nicht so wie Owen Wilson, so. Hi, I'm Owen Wilson. Die Nase ist auch deutlich anders. Ja, das stimmt. Aber er sieht ein bisschen, er könnte so ein verlorener Wilson-Bruder sein. Da gibt's ja auch noch den Luke Wilson als Bruder, ne? Stimmt, ja. Ich seh die beiden sehr, sehr gerne, Luke Wilson und Owen Wilson. Ich seh die auch sehr gerne. Ich kann das nicht so nachmachen. Ich wünschte, ich könnte ihn besser imitieren. Ja, der Owen Wilson hat immer sowas total selbstironisches irgendwie. Ja, ja. I don't know, man. We can do this, but I don't know, man. Ich hab's euch das erste Mal Inherent Weiß gesehen, da spielt er auch mit. Ja, da spielt er natürlich mit. Und den fand ich gut, das hat mir sehr gut gefallen. Royal Tenenbaums finde ich ihn auch großartig. Ah, sensationell. Sowieso ein großartiger Film, Royal Tenenbaums. Ja, für mich der beste Wes Anderson. Ja, würde ich unterschreiben. Würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Wes Anderson hat viele großartige Filme gemacht, aber ich glaube, das ist auch mein Lieblingsfilm, ja. Und das ist nicht nur an Gene Hackman, aber auch mit an Gene Hackman. Und Angelica Houston und wer da alles mitspielt, das ist der totale Wahnsinn. Die Musik, der Schnitt und die Narration des Films für mich ist auch einfach perfekt. Das ist einfach der absolute Hammer, ja. Aber wir reden heute nicht über, wir reden ja nicht über Royal Tenenbaums. Schade eigentlich. Eigentlich auch schade, ja. Ich hab noch etwas, an einem Tag war früher Feierabend, Simon. Am fünften Drehtag, das war der erste November 1991, war um 13 Uhr Feierabend. Und warum macht man freitags um 13 Uhr Feierabend? Das ist genauso da, wie es auch hier ist, wenn man auf Beerdigung gehen muss. Richtig. Denn Gene Roddenberry wurde da beigesetzt. Und da war dann natürlich entsprechend nur ein halber Tag zu drehen. Ja. Das sind dann auch, glaube ich, die letzten Roddenberry-ist-gestorben-Anekdoten. Jetzt so in Bezug auf die einzelnen Episoden. Und ja, mit dieser, wir gedenken ihm weiterhin, aber starten jetzt einfach mal in diese Folge, würde ich sagen, Sebastian. Und die Enterprise ist unterwegs und sie hat wieder mal Leute an Bord, die sie von Punkt A nach Punkt B schippern soll. Punkt B ist in dem Fall Kaldra 4 und Punkt A weiß ich gar nicht. Aber die Leute da an Bord, das sind die Ullianer, Sebastian, die Ullianer, drei Stück, nämlich Inat, Tarmin und besagter Jeff. Und warum hat man die an Bord? Ja, die hat man an Bord, weil sie nach Kaldra 4 wollen und mehr nicht. Also man schickt wieder mal diesen riesen Kahn, die eigentlich auf einer Kartografie-Mission sind, schickt man auf den Umweg, um drei Leute zu transportieren. Das ist echt Wahnsinn. Als gäbe es keine Passagierschiffe oder Frachter oder irgendwas, da muss die enter, da muss das, der ganz große Pott muss die fliegen. Eben ja. Geht nicht anders. Geht nicht anders, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es mal wieder Historiker sind. Neulich hatten wir den zeitreisenden Historiker, der auch ein falscher 50er war am Ende. Hier sind es jetzt die telepathischen Historiker, Sebastian, denn die Ullianer haben eine besondere Fähigkeit. Was können die eigentlich so? Das kann man am besten erklären, indem man es demonstriert. Und genau das macht die Folge auch in der ersten Szene nach dem Logbuch. Und als ich das so gesehen habe, Simon, habe ich mich auf Voyager gefreut. Aha. Ja. Denn wenn das eine Voyager-Episode gewesen wäre, dann wären wir mit der rätselhaften Situation, die wir jetzt in Ten Forward sehen, in die Folge eingestiegen. Denn Voyager, finde ich, ist berühmt für seine Cold Opens, die einen so total ins kalte Wasser schmeißen und man weiß gar nicht, was passiert. Ja. So weit ist Next Generation aber noch nicht. Die müssen unbedingt noch ein Jean-Logbuch davor schrauben als Kontext. Stimmt, das ist eigentlich total unnötig. Ja. Hätten sie auch da noch eine halbe Minute mehr Zeit am Ende oder sowas. Ja, also wir sind tatsächlich in Ten Forward und Keiko sehen wir mal wieder, Keiko O'Brien. Und die lässt sich tatsächlich behandeln, sag ich einfach mal, von diesen Ullianern. Denn die möchte sich an etwas erinnern, ja, die hat eine Erinnerung an einen Becher, ja, und diese Erinnerung an den Becher, da bedeutet ihr wahnsinnig viel. Aber sie weiß nicht warum, ja, es ist einfach nur, sie hat nur diesen Becher und irgendwas war mit diesem Becher. Wenn ihr zufällig einen Ullianern in der Nähe hast, ja, dann kann er nämlich deine Erinnerungen quasi, ja, so rausklopfen wie ein Diamant aus so einer Mine eigentlich, ne, aus einem Stein irgendwie. Und das sehen wir hier jetzt. Also wir sehen auch immer einen Hin- und Herschnitt zwischen so Erinnerungen, die Keiko hat. Und die sehen wir auch aus ihrem Blickwinkel und in einer sehr, sehr engen Kameraperspektive. Also immer nur einzelne Sachen, so wie so richtig Erinnerungsfetzen. Also die Regie und die Kamera, die macht das eigentlich sehr geschickt, dass wir wirklich nur dieses Rätsel auch sehen, mit dem Keiko sich verknüpft. Aber sie hat ja jemanden an der Seite, der quasi das Bild langsam öffnet. Genau, also das finde ich, das ist sehr, sehr gut gemacht, tatsächlich auch in der Folge. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen traumhaft, ne, so kurze Traumbilder eigentlich. Also der Typ, der ihr da gegenüber sitzt und das leitet, das ist der Tamin. Das ist so ein älterer von den Ullianern. Also es ist halt eine Frau, ein Mann und ein älterer Mann und ein jüngerer Mann. Und dieser Ältere führt sie durch diese Therapiesitzung, kann man sagen. Und sagt, ah, jetzt denk mal an den Becher und was war bei dem Becher noch. Und dann entfaltet sich das immer mehr, so, ne, ihre Erinnerungen. Da kommen immer mehr so Sachen dazu und sie kriegt dann so Erinnerungen. Dann sieht man plötzlich, das ist ein Kind. Ein Kind, okay, das ist was aus ihrer Kindheit. Und dann sieht man irgendwie so, so eine schwarze Flüssigkeit in diesem Becher. Und dann trinkt sie daran. Und dann, oh, es ist bitter. Also sie erinnert sich daran, wie sie das probiert. Und das ist ganz, ganz bitter. Also kann es eigentlich nichts, nichts richtig Leckeres sein. Und so, und dann geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dann merkt man, das hat was mit japanischer Kalligrafie zu tun. Klar, Keiko. Japanische Kalligrafie muss ja so sein. Entschuldigung. Aber das ist trotzdem eine schöne Erinnerung natürlich, denn sie hat dann eine andere Stimme. Ach, Keiko, gib mir mal bitte diesen Pinsel, der da liegt. Oh, das ist ein Pinsel. Und dann denkt sie, die Stimme kenne ich. Das ist Obacan. Obacan, weiß ich nicht, ob das auf Japanisch wirklich Großmutter heißt oder ob das jetzt der Eigenname ist, den Keiko für ihre Großmutter hatte. Und jetzt fällt es ihr alles ein. Sie war quasi immer als kleines Kind bei ihrer Großmutter und hat dann die Pinsel sauber gemacht und hat dann mal das Waschwasser für den Pinsel ausgewechselt. Ausgewechselt, während die Oma dann da quasi kalligrafiert hat auf einer Leinwand. Die Oma sehen wir nicht. Aber Keiko ist voller Freude und Tamin ist voller Freude und der Jeff freut sich und auch Inat und Sebastian Inat. Das ist ja so diese ältere Frau, die Mutter wahrscheinlich von dem Jeff. Ich weiß nicht, ob das genau gesagt wird oder so. Ja, ja, das sind Vater, Mutter, Sohn. Sebastian, diese Frau sieht 100%ig so aus wie Kinopjevic. Also 100%. Ich habe sofort diesen Troll vor Augen gehabt, diesen kleinen Troll, den ich drücke. Und dann sagt er, Kinopjevic. Kinopjevic, das hatten wir ja schon hier in aller epischen Breite, haben wir das hier ausgeführt. Aber genau so sieht die aus. Genauso. Wenn ich die drücke sage, die bestimmt Kinopjevic. Ich nenne die ab jetzt auch nur noch Kinopjevic. Das ist ja gut. Ich nenne sie auch so, Kinopjevic. Ja. Bin ich mit einverstanden. Weißt du, wer sich übrigens am meisten freut über das Ganze? Nee. Es gibt so einen kurzen Schnitt auf Bill und Jordi und die grinsen sich an, als bei Keiko der Groschen fällt. Das ist wie zwei Honigkuchenpferde. Stimmt, die stehen auch da. Die freuen sich total. Ja. Das Ganze ist wirklich, wird uns hier auch als sehr angenehme Erfahrung, wird uns das hier gezeigt. Weil man denkt ja schon, oh, der Fuschler in ihren Gedanken rum. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Ist ja auch immer eine Verletzung der Privatsphäre. Aber hier ist es okay. Keiko möchte das. Keiko freut sich darüber. Dass sie da, ja, sich zurückerinnern kann. Und das ist alles super. Sie könnte ja auch mal die Rückspultaste hören. Das ist ja der Retro-Podcast, den ich auch mache. Und da bekomme ich ganz oft von Hörerinnen und Hörern hinterher geschrieben, die Folge, die ihr gemacht habt, die hat mir Erinnerungsschleusentore geöffnet. Da sind Sachen zu mir zurückgekommen. Und vielleicht, vielleicht hätte es gar keine Ulianer gebraucht für die Keiko, sondern einfach mal ein Abo vom RSS-Feed, Rückspultaste und zack, dann hätte sie vielleicht auch irgendwann mal da gesessen. Es hätte gesagt, oh Batschan, oh Batschan, meine Oma war es. Und man kann zu dem RSS-Feed, der Rückspultaste auch sagen, der macht garantiert nichts Böses. Was hier ja dann noch passiert. Also das ist, da ist nie eine böse Intention hinter. Das ist halt auch der Vorteil. Weniger Risiko behaftet. Diese, die telepathischen Historienreisen, die der Sebastian immer für uns macht. Ja. Jetzt geht Keiko irgendwie weg. Wir sehen sie später nochmal kurz wieder. Und es ist die einzige Episode in ganz Star Trek, Simon, halte ich fest, in der Keiko vorkommt, aber nicht Miles. Oh, das ist eine schöne Beobachtung. Stimmt, wir haben Miles schon länger nicht mehr gesehen, jetzt wo ich so dran denke. Ja. War schon länger nicht mehr da. Ich glaube übernächste Woche oder wann kommt er mal wieder um die Ecke. Kommt er mal wieder angeschissen. Entschuldigung. Aber es ist immer schön, was von der Familie O'Brien zu sehen. Nur zusammen sind es manchmal anstrengend. Ja. Gut, also man erklärt uns das so ein bisschen. Und dann sagt auch der Tamin, das ist so ein verbindlicher, gemütlicher, dicker Typ. So ein bisschen laut auch. Und sowas. Manchmal vielleicht auch ein bisschen cringy. So nach einer schönen Frau. Da kann ich, da muss ich manchmal, da muss ich manchmal die Gedanken lesen. Weißt du, so einer ist das. So ein zünftiger Typ. Ein bisschen aus der Zeit gefallen, auf jeden Fall. Aber auch so Bill sagt, nee, nee, komm, lass mal. Ich hab da keinen Bock drauf. Und oh, nee. Und sowas. Hinterher denke ich da noch irgendwie was Komisches. Und dann halten die mich alle für doof und sowas. Und dann gehen die so raus aus denen vorne und dann sieht man diesen Jeff. Und der Jeff ist sofort der Bösewicht, Sebastian. Sofort. Ja. Der ist sofort der Bösewicht. Der guckt nämlich sinister und setzt sich alleine an einen Tisch. Die Musik spielt bedrohlich. Und dann wird der Bildschirm schwarz. Ja. Und das hätte ja eine falsche Fährte sein können. Aber auch alles, Simon. Das hätte eine falsche Fährte sein können. Ja, was mir an dieser Folge übrigens überhaupt nicht gefällt, ist die Musik. Die ist mir richtig negativ aufgefallen. Und durch ihre... Echt? Ja, da wäre so viel mit Musik gegangen in dieser Episode. Da wäre so viel mit Musik gegangen. Mit so einer gruseligen Musik. Mit so einer Musik, wie sie früher mal war, Sebastian. Ja, gruselig ist sie nicht. Mir ist sie tatsächlich an zwei Stellen positiv aufgefallen. Nämlich, es kommen später in der Folge so zwei Außenansichten der Enterprise, während irgendwer wieder ein Logbuch einspricht. Und der Dramatik der Folge wird dadurch Rechnung getragen, dass da wirklich eine sehr, sehr wuchtig, düstere Musik dann drunter liegt. Und das ist ja mal keine Panflöte. Das ist genau das, was mich gestört hat. Echt? Das ist so... Ja, weil ich fand das irgendwie so unpassend an der Stelle. Ich weiß auch nicht. Ja, jedenfalls ist mir Musik nicht besonders gefallen. Es kann ja auch mal sein. Ja, natürlich. Wir wünschen uns ja sowieso Ron Jones zurück. So oder so. Ja, Ron Jones ist ja schön. Ja. Gut, nach dieser Szene sehen wir erst mal Data und Geordi ein bisschen dabei zu, wie sie uns jetzt nochmal so, ja, ein bisschen was über Erinnerungen erzählen und wie das bei Menschen ist. Denn Data, der fragt sich ja einfach nur, ja, warum ist das so besonders? Wenn man irgendeine Erinnerung hat, dann geht man auf die richtige Stelle von der Festplatte, guckt er und dann hat man das. Und dann sagt Geordi, ja, bei Menschen ist das eben nicht so. Wir erinnern uns manchmal an Sachen und an andere erinnern wir uns überhaupt nicht. Und Data stellt dann noch so diese steile These auf. Kann das vielleicht sein, dass man zwischen angenehmen Erinnerungen und unangenehmen unterscheidet? Dass man sich das eine merken, das andere nicht. Und dann sagt Geordi auch, nee, manchmal sind auch halt einfach die schlechten Erinnerungen die intensivsten. Und da gibt es einfach keine, sie werden sich dann einig darüber, dass es da kein Muster gibt. Und das stimmt ja auch. Das stimmt alles, aber Sebastian, Data weiß doch, wie mehr ein menschliches Erinnerungsvermögen funktioniert. Der weiß doch, dass Menschen vergesslich sind. Ja, so gesehen, ja. Das weiß der sogar sehr gut, der Data, ne? Das muss man ihm jetzt eigentlich nicht mehr erklären, so spät in der Serie. Nee, nee, jetzt muss das alles nochmal ein bisschen erklärt werden, dachte ich auch. Naja, gut. Alles egal. Was ich schön finde, ist auch wieder diese Geordi und Data-Szenen. Da war ja eine Zeit lang eher wenig, was die beiden miteinander zu tun hatten. Jetzt finde ich das wieder schön, dass wir die wieder öfter, das auch später gemeinsam ermitteln. Das finde ich toll. Da wären sie wieder zu Holmes und Watson. Genau, ja. Die Bromans zwischen Data und Geordi, das finde ich ganz, ganz toll. Mag ich sehr, sehr gerne. Was ich auch interessant, einen Satz muss ich noch zu Geordi sagen. Geordi sagt, ich kann ja nicht von ihm ablassen, denn Geordi sagt, ich kann mich nicht erinnern, wo ich meinen Geburtstag verbracht habe. Er war ziemlich einsam bei Geburtstag. Er hat einfach nur gearbeitet. Auch niemand hat daran gedacht, dass er Geburtstag hatte. Okay, nein. Oder er hat abends in der Badewanne gesessen und zehn Yes-Torti gefressen. Kann ja auch sein. Das haben wir alle doch schon mal. Natürlich, natürlich. Ja, dann speist man zu Abend, Sebastian. Und hier ist eine der vielen, vielen Fragen, die ich habe. Das hier ist so eine relativ unwichtige. Das ist doch die, ist das, was ist das da, der Raum, wo man da speist? Ist das die Captains Yacht? Nein. Oder ist das die Beobachtungslounge, wo man extra den Besprechungstisch rausgeholt und an so einen Dinnertisch da reingestellt hat? Es ist so verrückt. Natürlich ist es gedreht in der Lounge, in der Besprechungslounge und man hat einen anderen Tisch da reingetan. Ich glaube, das soll einfach auf einem anderen Deck sein, aber dann ähnliche Architektur und dann ist da dieses Esszimmer drin. Und ich muss immer zurückdenken an dieses Diplomaten-Esszimmer aus der ersten Staffel. Stimmt, ja. Wo Loxana und die Familie Miller oder wie ich sie auch gerne nenne, die Wyatts gesessen haben. Das hat man lange nicht mehr. Die Wyatts, ja. Und das hatte keine Fenster. Und ich würde gerne mal dieses Esszimmer, das ist auch Quatsch irgendwie, dieses Gala-Diné-Zimmer-Wiedersehen aus der ersten Staffel. Der Speisesaal. Diesen Speisesaal, ja. Aber das ist, ja, jetzt ist das halt so ein Zwitter-Ding irgendwie aus dem Besprechungszimmer und im Speisesaal. Ja, genau. Und jetzt erfahren wir ein bisschen mehr über die Ulianer. Die sagen auch von sich selber, Sebastian, sie sind Archäologen des Gedächtnis, der Erinnerung, Archäologen der Erinnerung. Das ist ja auch eine schöne Beschreibung für die Rückspultaste. Das ist ja genau das eigentlich, was wir da versuchen. Und ihr Plan ist ja total verrückt. Die besuchen gerade verschiedene Völker, holen da Erinnerungen an die Oberfläche, so ähnlich wie wir das gerade mit Keiko gesehen haben. Dann werden die irgendwie abgespeichert. Wie wird uns nicht erklärt, aber das wird irgendwie dann gesaved. Und dann machen sie eine Bücherei damit auf eine Bibliothek. Und das dauert so lange, dass sie schon viele, viele Jahre unterwegs sind und sie waren bisher nur auf elf Planeten in acht Sternensystemen. Aber die sind halt so akribisch unterwegs und sind begeistert von dem, was sie tun. Und sie können sich nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. So ist es. Jetzt kriegt der Jean auch nochmal den Vorschlag, was zu machen. Und so wie der guckt, Simon, ist es so, als hätte man ihm gesagt, Jean, willst du nicht mal die nächste halbe Stunde auf Alexander aufpassen? Es ist so großartig. Ja, man will ihn dazu überreden, da auch seine Gedanken. Nee, nee, will ich nicht. Und dann fängt man so eine Diskussion an und da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Und da gibt es einen wunderbaren Patrick-Stewart-Jean-Moment. So, ja, äh, gut. Yes, well, sagt er. Und dann guckt er sich zur Hilfe so rund woanders hin, um ein anderes Thema irgendwie aufzumachen. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, der liebe Jean will das Thema jetzt, glaube ich, wegbringen vom Tisch. Toll. Der hat ja keine Lust drauf, ne? Wer auch wenig Bock darauf hat, ist Worf, denn dem schlagen sie das als nächstes vor. Also die gehen auch wirklich die Sonnenscheins durch jetzt, ne? Worf willst du das nicht? Nein. Hast du Angst? Ich habe von nix Angst. Okay. Und als Geordi gefragt wird, lehnt er ab mit den Worten, thanks anyway. Habe ich auch wieder gelacht. Wenn Geordi thanks sagt, dann hat eine Folge mich auch eigentlich, das ist immer super. Geordi sowieso großartig in der Folge, schon mehrere gute Szenen gehabt. Ja, und man merkt da auch während dieser Unterhaltung, also der, der, der Tamin kommt ja fast so ein bisschen übergrüfig schon rüber, ne? In seiner Art und Weise. Und da scheint, ja gut, der Kenopjevich, ist das irgendwie egal. Aber dem, äh, dem. Jeff. Jeff scheint es peinlich zu sein, dass der Alte da so einen Wind macht irgendwie, ne? Ja, ich bin der Beste, ich hab da, Mensch, ich hab schon mit so vielen Leuten das irgendwie gemacht. Und da kommt irgendwie die Frage, können das alle so gut bei euch? Nee, sagt der Tamin da. Nee, nee, der Jeff hier, der hat das auch mal versucht. Und eine Stunde hat der da rumgemacht und nix ist da passiert. Und dann bin ich gekommen und dann hab ich von den Gentons was über ihre Handelskriege erfahren. Und dann ist da so dieses, der Vater hat jetzt am Abendessenstisch den unzulänglichen Sohn so vorgeführt. Der muss dann jetzt auch aufstehen und gehen. Und Simon, ich hab jetzt schon mal eine Frage, damit ich das später nicht vergesse. Ja, 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 sehr gerne. All das, was jetzt uns später so gezeigt wird. Möchte man uns das mit dieser Szene und auch den anderen Szenen, die das behandeln, so verkaufen als das Trauma eines gescheiterten Sohnes? Das, dass das ihn dazu gemacht hat. Ich fürchte, ja, du. Also wahrscheinlich nicht nur das. Das sind wahrscheinlich auch noch andere Sachen richtig schiefgegangen beim Jeff. Aber das, denke ich mal, ich meine, wir erfahren ja nicht so wirklich den Grund, warum er so ist, wie so ist. Das Einzige, was wir erfahren, ist, er will, dass Papi auf ihn stolz ist und Papi scheint ihn irgendwie nicht zu mögen. Und so ein Vaterkomplex, ja, ist schon möglich, dass das so ist. Ja, krass. Dass man uns das sagen will. Ja, krass. Ja, krass. Ja, das ist, da müssen wir noch viel drüber reden, über den Jeffs, was der Jeff da so alles Verrücktes tut und warum er das macht. Und ich habe ja so eine Theorie am Ende, aber ich weiß auch nicht, ob die stimmt. Ist das die dritte Episode in Folge, die von einem traumatisierten Kind handelt, Simon? Exakt. Spannend. Super spannende Beobachtung. Jetzt, wo du sagst, ja, ja. Wir haben ja noch ein Kind hier. Das ist zwar schon älter, aber es ist halt immer noch, wird uns als Kind eingeführt. Ja. In dieser Folge. Stimmt. Krasse Parallele, Sebastian, super. Es hört nicht auf, dieses Leitmotiv. Super Beobachtung. Super Beobachtung. Auch wieder Familie. Es ist halt hier auf jeden Fall drin, ja. Ja gut, also Jeff, ich muss gehen. Tschüss. Ja, verlässt so ein bisschen unsouverän, verlässt der Düppierte hier das Bankett, ja. Und das ist die Diana, die neben ihm gesessen hat, die spürt das natürlich, oh, 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 ich gehe mal hinterher. Ja, da habe ich auch noch eine Frage dazu gleich. Ja, sie steht auf, sie geht hinterher und, ja, er läuft ihm so hinterher und dann sitzt man gemeinsam im Fahrstuhl. Ja, auf dem Korridor und dann im Fahrstuhl und dann kommt so raus, ja, mein Vater, der will mich immer so niedermachen. Und dann bondet man kurz so darüber, dann bondet man kurz so darüber, dass die Diana sagt, ich meine, ich, also ich kenne das, wenn so ein Elternteil so überstülpungsmäßig ist. Also ich, ich, ich verstehe dich. Und dann ist da so eine, so eine Bindung drin. So eine Bindung, ja. Beide haben so auch so Psychokräfte irgendwie, ne, das ist ja auch was, was die beiden zusammenschweißt. Dann wird hier auch noch, eleganterweise, ja, sagt Diana, ich kann ja die Uliane nicht lesen, ne. Also die Frage wird auch beantwortet, warum spürt Troi nicht, dass da was im Busch ist und so, ne. Aber ja, gut, also man merkt auch, der Jeff, der findet die Diana total super. Und ja, super, dann fährt man dann gemeinsam hoch. Runter. Stimmt, man kommt von oben, ne, man fährt runter, ja, richtig, die Dinger gehen. Und dann, gute Nacht, tschüss, danke, Kanzler. Und dann geht die Troi raus in ihr Quartier. Ja. Zu der Fahrstuhlfahrt habe ich noch was zu sagen, deswegen war ich, habe ich da gerade so betont, dass das mit rauf und runter irgendwie... Pass auf. Wir haben gerade noch so gemutmaßt, wo ist denn das überhaupt? Das ist auf Deck 3, ist das Abendessen-Ding. Und damit ist es ja ganz klar zwei Etagen unter dem Besprechungszimmer. Denn das ist auf Deck 1, auf derselben Ebene wie die Brücke. Stimmt, ja. Dann steigen sie ein und man sieht auch auf der Turbolift-Tür, da steht dran eine 3. Ah ja, okay. Troi sagt, ich will auf Deck 8. Jeff sagt, ich will auf Deck 16. Und dann fahren sie und dann geht Troi raus und der Jeff guckt ihr noch hinterher und dann geht die Tür so zu über seinem Gesicht. Das ist natürlich eine geile Inszenierung. Was man damals in den 90ern natürlich nicht ändern konnte, war die Nummer auf dem Turbolift. Das heißt, die steigen ein und da klebt eine fette 3 drauf und Diana steigt aus, steht auch wieder eine 3 drauf. Und für die Remastered hat Michael Okuda gesagt, die fährt zu Deck 8. Also tricksen wir da per CGI eine 8 auf die Turbolift-Tür drauf und das haben sie gemacht. Ich sag dir jetzt aber, warum da besser hätte eine 3 stehen sollen. Weiterhin. Ja, sag mal. Troi steht vom Essen auf, ohne ein Wort der Verabschiedung, ohne irgendwas zu sagen und geht dem Jeff hinterher. Sie kehrt nie wieder zum Dinner zurück. Findest du das nicht total unhöflich, dass sie einfach nach Hause geht? Und würde da jetzt eine 3 stehen, könnte man sagen, okay, die sind Fahrschul gefahren, aber Troi ist dann wieder zurück zum Dinner gefahren. Ja gut, es passt halt nicht zu ihrer Aussage, dass sie gesagt hat, ich will zu 8. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass Troi einfach geht, ohne was zu sagen. Wir sind ja auch in der diplomatischen Situation hier eigentlich. Die geht dem hinterher, um zu gucken, ob es ihm in Ordnung, das ist ja in Ordnung. Super. Da kann man ja, wenn so einer aufsteht und sagt, ich renne hier weg, geht mal hinterher, aber dann geht man ja wieder zurück. Und dann denkt man sich ja nicht, ach, jetzt bin ich schon mal raus aus dem Abendessen, jetzt kann ich ja auch schlafen gehen. Also wenn ich denn John gewissen werde, ich habe nächsten Morgen gesagt, wo warst du denn eigentlich? Oh Gott, Simon. Ach schön, mir gefällt die Folge schon aufgrund ihrer Weirdness. Ja, das sind so diese Fragen, diese Weirdness-Fragen, die ich auch habe. Okay, aber jetzt schauen wir doch mal bei Diana vorbei. Die macht sich jetzt bettfein. Ja, sie hat sich gebürstet schön, Haare müssen gebürstet werden. Und während sie da so steht und sich bürstet, sieht man etwas Entsetzliches, Simon. Denn die Next Generation Computer Display Schrift, das sind ja diese ganz dünnen, hohen Buchstaben auf diesen LKs Displays. Ja, an der Oberkante ihres Replikators, wo sie da so steht, hat man aber vergessen, ein Schild abzumontieren, wo diese ganz platt gedrückte, breite Schrift ist, aus Star Trek VI, The Undiscovered Country. Und ich habe gedacht, sag mal, ist das ein Fehler? Und da habe ich dann nachgeguckt, weil es hat mir keine Ruhe gelassen. Und da habe ich gesehen, das ist ein Fehler und der zieht sich durch die fünfte Staffel durch. Das war schon ein paar Mal zu sehen, da ist es uns nicht aufgefallen, aber hier ist es das letzte Mal. Danach haben sie wohl dann gesagt, oh, das sollten wir mal abmachen. Sollten wir vielleicht mal wegmachen, die Dinger. Ja gut, das bleibt halt nicht aus, wenn man sich ein Set teilt quasi mit einer Filmproduktion, wo alles halt anders aussieht und so. Aber auch eine schöne Beobachtung an der Stelle. Ich dachte schon, wieso findest du denn den Riker so entsetzlich? Aber das ist ja, denn jetzt sind wir nämlich in Dianas Erinnerung. Sie hat jetzt genau wie so ein Flashback, so ähnlich wie wir das gesehen haben bei Keiko. Ganz interessante Szenerie. Man ist irgendwo in so einem Raum, auf einem Schiff vielleicht oder so und da ist ein Poker-Set mit so Münzen. Ich weiß nicht, ob das Chips sein sollen oder Münzen. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Das sind so diese Plastikchips. Richtig. Das fällt dann runter und man sieht dann, oh, Riker ist da. Er hat wieder sein Odahn der Sonderbotschaft. Er hat ein blaues Hemd da wieder an. Ja, wahrscheinlich genau das. Ja, sie hat so eine Vision jetzt. Sie erinnert sich an dieses Kartenspiel und hat da Geld fallen lassen und dann liegt man plötzlich auf dem Boden. So übereinander. Diese Vision ist übrigens anders inszeniert als die andere. Die haben alle so ein bisschen eine Besonderheit. Und bei dieser hier haben sie ein Echo über die Stimmen drüber gelegt, aber sie haben auch die Framerate runtergelegt. Also das ruckelt alles ganz stark. Diannas Erinnerungen sind ruckelig einfach. Aber ja, du sagst es, es kommt eine Situation, wo nach einem gemeinsamen Pokerspiel, wahrscheinlich sind Geordi und Worf gerade rausgegangen, die Chips zu Boden fallen und irgendwie sammeln sie die dann auf und dann passiert etwas, was ich unerhört finde, Simon. Was denn? Der Will, nein, Mr. Riker, in diesem Fall Mr. Riker, macht sich über Diana her, wie sie da liegt und sie sagt, hör mal auf, wir sind hier auf einem gemeinsamen Schiff, das können wir nicht machen, also das geht alles nicht und Will macht weiter. Ja, das stimmt. Also pass auf, der erste Satz, da habe ich eine Frage, also das ist ja, also wir können nicht, wir sind doch auf dem selben Schiff, das habe ich jetzt nicht verstanden, weil es gibt ja genug Eheleute auf der Enterprise, die Kinder haben und so, ne? Also das ist schon mal irgendwie ein bisschen komisch. Aber natürlich, das Ganze geht von so einem, ja, erotischen Moment, geht es plötzlich so ganz, ganz schnell einen Bach runter in Richtung einer Vergewaltigung. Also in Richtung, dass der Bill, die Diana da unten hält, ihr ist es sichtlich unangenehm, sie will da einfach weg und er lässt nicht los. Er drückt sie runter so, ne? Man sieht so richtig die, die Hände in die Haut so greifen von ihr und sowas. Ganz, ganz unangenehme Sache und das ist tatsächlich, ja, embörend, was wir hier sehen. Aber das ist ja nicht, Herr Bill, so richtig. Ja, das ist ja jetzt die Frage. Also na klar, das geht jetzt so ein bisschen hin und her und auf einmal ist das der Jeff in einer total unvorteilhaften Kameraperspektive, weil sie haben so ein Fischauge vor die Kamera geschraubt und das macht seine Hautunreinheiten in HD dann auch ganz merkwürdig und der sieht einfach aus wie so ein Gollum, der gleich durch den Bildschirm platzt. Was ja auch passt zur Szene, ne, tatsächlich. Ja, es passt auch. Ja, und dann quasi übernimmt er, in Anführungszeichen, für Riker und macht sich dann dort über Diana Herdi schreit. Und nein, 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 nein. In Sadi fällt öfter das Wort und so. Und dann ist der Jeff, steht dann auch mal wieder woanders, ne, so ein bisschen, dann wird das Ganze immer so albtraunhafter oder immer schlimmer. Und dann sind wir wieder bei Troy im Quartier, die das alles, also das ist ganz, ganz, ganz klar, läuft das vor ihrem inneren Auge ab. Die fällt dann einfach um. Bums, wie so ein Baum, gefällter Baum. Ja. Ja. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, Simon. Ja. Wir bekommen ja insgesamt vier Erinnerungssequenzen in dieser Folge gezeigt. Ja. Bei zweien wissen wir, nämlich die mit Keiko und die mit Beverly, dass das so passiert ist wohl. Ja? Weiß ich nicht. Und bei der mit ... Keiko, ja. Ja, Keiko, ja. Und auch, dass der, was ist der, Jean und Beverly machen da in vor 15 Jahren oder wann das war, das wird ja wohl auch irgendwie so passiert sein. Das, was dem Riker als Erinnerung kommt, das wissen wir nicht, ob das, weil das ist eine sehr, sehr, da reden wir dann drüber, wenn es kommt. Aber nehmen wir mal einfach an, das sind alles echte Erinnerungen. So, das heißt ja, dass Riker sich irgendwann mal über Diana hergemacht hat nach einem Pokerabend und sie hat gesagt, nein, ich will das nicht und der hat dann trotzdem weitergemacht. Genauso wie wir damals in der Episode Matter of Perspective hier mit Dr. Epka und so, wo ihm auch vorgeworfen wurde, er wäre ein Vergewaltiger, ein Übergriffiger oder wo zumindest diese Idee im Raum stand und die Folge hat es nicht komplett ausgeräumt und das hat dich ja damals sehr, sehr geärgert und aufgeregt auch, Simon. Und jetzt steht hier zum zweiten Mal quasi in Form dieser Erinnerung eine Anschuldigung als Vergewaltiger dem Riker gegenüber in einer Folge und das wird weder widerlegt noch bestätigt, noch bekommt er dafür irgendwie Ärger, falls das wirklich sein sollte und das hat mich damals schon total geärgert, Simon. Ich habe die Folge damals ausgemacht und habe gedacht, soll ich jetzt, was ist denn, hat er das wirklich gemacht? Was soll das denn? Also, ich habe das ganz anders verstanden. Ich habe tatsächlich das so verstanden, dass die Erinnerung bis zu diesem Zeitpunkt, wo die beiden auf dem Boden liegen, eine positive ist und dann taucht ja plötzlich auch Jeff auf in dieser ganzen Szenerie. Gut, auch diese, guck mal auf, wenn du diese Riker-Einnerungen nimmst, wo der eine sagt, du hast ihn umgebracht, du hast sie umgebracht. Ja, diese eine Lieutenant, das wird sich ja nicht so zugetragen haben. Deswegen, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass diese Erinnerungen, weil hier ist ja auch die Rede von Erinnerungen, wo Leute sich eigentlich gar nicht mehr so richtig daran erinnern können, dass die orchestriert werden von dem Jeff, dass die negativ sind. So habe ich das verstanden. Das ist natürlich kein Beweis für deine Vermutung, dass der Riker das vielleicht wirklich gemacht hat. Aber vieles spricht doch dafür. Also ich glaube nicht, dass eine Diana, gut, es könnte natürlich, klar, du könntest recht haben, es könnte eine verborgene Erinnerung in ihr sein, an die sie nicht ran will, weil das irgendwie so eine scheiß Erinnerung ist. Aber dadurch, dass der Jeff das alles so macht und falsch macht. Das hat mich jetzt, seit ich das 1994 das erste Mal gesehen habe, immer beschäftigt, wenn ich die Folge gesehen habe, weil ich immer dachte, das steht jetzt als Vorwurf im Raum, ohne dass damit irgendwas gemacht wird. Ja, müsste man mal fragen. Also ich glaube, die Antwort ist, nee, nee, natürlich hat der Bill das nicht gemacht. Ja, weil er ist ja lieben. Ja, ja, aber gut, wir müssen sowieso, also diese Erinnerungssequenzen, da müssen wir mal drüber sprechen. Aber ich habe mich da, das gibt mir zu denken einfach. Ich habe das wirklich so gedacht, das muss falsch sein, was Diana da denkt, weil das so untypisch Bill Riker ist. So habe ich das gelesen. Also das ist ja irgendwas, diese Erinnerung wird manipuliert und dann sieht man Jeff, oh, der manipuliert ja. Der ist ja am Manipulieren. Also deswegen schätze ich mal, dass er aus einer guten Erinnerung eine Scheißerinnerung macht und das führt zu diesem komatösen Zustand. Okay. Vielleicht. Ich würde mich sehr, sehr freuen für meine Rezeption von Bill Riker, wenn das einfach stimmt und ich nehme das mal jetzt so an. Okay, vielleicht stimmt es nicht, aber ich nehme das jetzt auch einfach mal so an. Man kann es nur hoffen. Man kann es nur hoffen, ja. Gut, Troy wird gefunden am nächsten Morgen, wird auch von Dr. Crusher behandelt, die aber nichts findet. So, jetzt ist aber Dr. Crusher nicht alleine, Sebastian. Der hat ja Unterstützung dabei. Dr. Martin, er erscheint hier so plötzlich, wie er nach dieser Episode auch vom Warpkern verschluckt wird, oder? Und er ist so präsent. Ich dachte so, herzlich willkommen Dr. Martin, wer sind Sie? Also wer? Und der hat richtig Dialog. Ja, nicht so wie der indische Arzt, immer der im Hintergrund steht und nie auch nur ein Wort sagt. Und Okawa. Ja. Haben wir auch manchmal leider Okinawa genannt, ob ich es nicht will. Okawa sagt ja auch sehr wenig nur. Ja, aber die sagt wenigstens mal was. Richtig. Ja, und die bekommt ja auch zum Ende der siebten Staffel noch einen Arc, einen Mini-Arc. Das stimmt allerdings, ja. Ja, aber Dr. Martin, da ist er auf einmal. Cool. Dr. Martin, aber der hat genauso wenig Ahnung wie Beverly, was da passiert ist. Keine Ahnung, ist nicht ins Bett gegangen offensichtlich, die ist gestern Abend zusammengebrochen. Was ist da passiert? Wer ist der Letzte? Die Lachs-Schaum-Scheiße. Liebling, dass du etwa Dosenlachs verwendet. Ja, wobei Dosenlachs wahrscheinlich viel weniger gefährlich ist als vermeintlich frischer Lachs. Aber was weiß ich schon. Ich muss das jetzt noch, ich weiß nicht, das kam mir irgendwie gerade. Das ist auch eine fantastische Szene. Okay, wer ist der Letzte, mit dem Troy gestern zusammen war? Vielleicht kann der uns was verraten. Naja, der Jeff. Der Jeff. Und jetzt fängt ja alles an, komplett auf Jeff zu zeigen. Nicht nur, dass wir als Publikum das vom Vorspann gesehen haben, dass der geguckt hat wie ein falscher 50er. Das hat ja außer uns keiner gesehen. Nein, er war der Letzte, der mit ihr gesprochen hat. Und so langsam, wir führen mal Buch darüber, wie früh und wie schnell die Sachen eigentlich auf Jeff weisen. Er ist der Letzte, der sie gesehen hat. Er ist der Letzte, der sie gesehen hat. Schon mal ein Verdächtiger auf jeden Fall. PK sagt hier ganz klar, diplomatische Zwischenfälle und so. Also wir müssen da auch sehr behutsam vorgehen. Also Mr. Riker, du musst bitte dafür sorgen, dass du sie fragst, ob die irgendwelchen Untersuchungen zustimmen. Und das macht Riker. Riker geht jetzt nach 10 vorne und da findet er auch besagten Jeff, der trinkt da sich sein Käffchen. Und dann setzt der Riker sich lustig hin auf seine unnahmliche Riker-Art und dann beginnt die Befragung. Der Diana geht's nicht so gut. Oh, tut mir leid. Und ja, was ist denn da los? Wollen sie mir was unterstellen? Nein, ich will hier nur, ich will, nein, geht da so ein bisschen hin und her. Der Jeff, der mauert schon, ja. Aber am Ende bekommt der Riker ihn halt rum und er bekommt ihn dazu, na gut, dann können wir uns jetzt mal, dann untersucht uns eben, ja. Wenn es das jetzt hilft, dann untersucht uns jetzt eben. Ich finde aber dieses Gespräch zwischen den beiden schon sehr feindselig. Total. Und nicht mal so sehr von Jeff, sondern auch von Riker. Der ist schon sehr aggro drauf so, ne, und sagt so, okay, das reicht mir jetzt. Also man merkt, da ist so eine Unsympathie einfach im Raum zwischen den beiden. Der Riker mag den überhaupt nicht, den Jeff. Und der hat ja auch, deswegen ist er in der Szene auch der Bill, der hat ja auch einfach Sensoren für sowas. Der durchschaut die schleimigen Belgier und der durchschaut auch den Jeff einfach. Und dass er den jetzt hier durchschaut, das ist ja auch das Problem jetzt für Riker. Denn in diesem Moment, in dieser Szene fasst der Jeff ja anscheinend einen Beschluss. Und um ihn herum sitzen ganz, ganz viele Leute, die die beiden gesehen haben. Und der PK weiß auch, der Riker geht zu dem Jeff und redet mit dem. Und das heißt, wenn jetzt mit dem Riker was passiert, ist das noch wieder ein dicker schwarzer Strich in dem Buch. Wir müssen mal genauer auf Jeff gucken. Die Indizien sammeln sich so, ne. Ja, das hab ich mir auch gelesen. Sowieso der ganze Plan von Jeff ist. Aber wie gesagt, ich hab vielleicht eine kleine Theorie, warum das so ist. Enterprise fliege weiter. Riker ist richtig aufgewühlt, auch durch die ganze Sache. Der besucht auch Diana und spricht mit ihr. Und ist auch total, oh Mensch, hoffentlich wirst du wieder wach. Und ja, ich hab mal gelesen, wenn man mit Leuten im Koma redet, dann hören die das auch. Und er kümmert sich da auch richtig. Er weint auch fast. So hab ich Will noch nie gesehen. Und Simon, er erinnert dich, mich und uns alle an eine fantastische Episode. Nämlich an Shades of Grey. Hab ich auch stehen. Er sagt nämlich, du hast das für mich auch mal gemacht, als es mehr schlecht ging. Und das war Shades of Grey, ganz klar. Darum ging es an Shades of Grey. Riker war in irgendwelchen Traumlanden unterwegs, muss ich ihn herausholen. Ja. Ja, vielleicht hilft es dir ja, eine freundliche Stimme zu hören. Ich sag dir, was wir gerade machen, wir kategorieren den Sektor. Und hier ist ein Binärsternsystem, ansonsten ist das total langweilig hier. Und da kommt Beverly rein. Und ich finde das auch toll, ne? Die lacht so schön. Och, guck mal, die beiden. Ah, jetzt kannst du auch mal schön ins Bett gehen, Bill. Das ist jetzt alles gut. Aber ich fand es trotzdem irgendwie eine schöne Szene, so für Will. Bill. 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 Das war Bill. Das war Bill. Ja. Na gut, sagt er. Geht dann auch in sein Quartier. Macht dann noch so ein bisschen die Steuer am Schreibtisch. Sitzt dann da. Und dann gehen wir in Bills Traum. Und in Bills Traum, um einfach nur mal die Kameratricks vorwegzunehmen, sieht das alles aus wie in so einem Spiegelkabinett. Ja, es ist die Bilder, die Bilder sind alle verzarrt. Und manchmal sieht da Bill unglaublich fett aus. Und da musste ich sehr lachen. Und manchmal sieht er so ganz dünn aus. Und da habe ich gedacht, so sah er in Staffel 1 mal aus. Die Kamera ist so ein bisschen erhöht und die fliegt auch so schön auf Geordi zu öfter mal. Und Geordi hat auch in dieser Erinnerungssequenz sehr, sehr viele gute Momente auch, wo seine Stimme ein bisschen tiefer ist und so. So, no, I have to close the door. Was überhaupt total ungeordihaft, der eher so ein bisschen höher unterwegs ist mit seiner Stimme. Ja, was wir da sehen, ist ein Reaktorunfall. Und alle müssen da weg von dem Warpkern. Und Riker, aber alle nun so raus, alle raus. Und scheiße, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen diese Tür runter machen. Und da ist halt noch ein Offizier, nämlich Anson Keller. Anson Keller ist da noch drin. Und ja, jetzt ist Riker so ein Gewissensding ist das jetzt einfach, ne? Ja, er musste da jetzt die Tür runter machen, damit sie nicht alle hops gehen. Und Anson Keller war da noch drin. Und dann ist sie gestorben, so. Und das hören wir auch ganz oft. Keller is still in, da wird immer und immer wieder wiederholt. Und you killed her wird auch immer und immer wieder wiederholt. Und dann kommt erst so ein Typ an, der heißt Davis und sagt das. Und natürlich verwandelt sich der Davis dann auch. Ja, dann sehen wir wieder Jeff in unterschiedlichen Perspektiven und Rollen, ne? Du hast sie umgebracht, du hast sie umgebracht, du hast sie umgebracht. Und dann auch ab und zu gibt es so einen Schnitt zurück auf Riker, der da so nachdenkt und mit großen Augen da sitzt und auch überhaupt nicht davon wegkommt von dieser Erinnerung, ne? Also diese Leute sind halt völlig in sich gefangen dann. Und am Ende natürlich, ja, passiert das, was auch der Diana passiert ist. Riker fällt in Ohnmacht. Und Jonathan Frakes hat sich über diese Szene total beschwert, weil er gesagt hat, erst mal ist die Evakuierung des Maschinenraums ein total merkwürdiger Job für Riker, der eigentlich auf der Brücke ist. Ja, das stimmt. Und außerdem ist es sein Job, die Tür zuzumachen, wenn andere Leute sonst umkommen würden. Und das ist dann halt einfach so. Und das ist nicht etwas, was ihm jahrelang nachgeht und so ein verwachsenes, verkrustetes Trauma ist. Und da hat er gesagt, hättet ihr mir nicht einfach irgendwas Geiles geben können, statt so eine total seltsame, generisch merkwürdige und unpassende Situation? Also hat Frakes nicht, überhaupt nicht gepasst. Ja, und noch besser wäre es ja gewesen, wenn wir irgendwas genommen hätten, was schon passiert wäre. Also so eine Art cooles Shades of Grey. Mr. Warfire. Ja, das wäre eine Szene gewesen. Best of Both Worlds oder so. Genau, Mr. Warfire. Und vielleicht nochmal neu gefilmt, aus einer anderen Perspektive oder so, dass es nicht einfach nur diese Szenen recyceln ist und so. Das hätte ich gut gefunden. Das ist auch eine komische Szene gewesen. Ja, stell dir mal vor, wir hätten irgendwie den Picard als Locutus auf dem Hauptschirm gesehen und der hätte gesagt, You wanted to kill me, number one. Ja, das wäre so gut gewesen. Und dann wird das zu Jeff in diesem Borg-Outfit, ja? Das wäre cool gewesen, ja. Das wäre richtig cool gewesen, ist es aber nicht. Wir sehen stattdessen hier diese Szene. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Riker fällt auf seinem Basteltisch, bricht er da zusammen, dieser Plastiktisch. Der hat so eine Form, ich habe mal in einem Studentenwohnheim gelebt, eine kurze Zeit. Und da war so eine eingebaute Nasszelle drin, weißt du, damit man die halt schnell wechseln kann, ohne da die ganze Bude irgendwie außen herzunehmen. Weil da ist ja eine hohe Fluktuation so. Und so ein Material war wie Riker's Tisch, ich habe mich da krass dran erinnert. So sah das aus. So ein bisschen antibakteriell auch. Ja, stimmt. Ja, also. Es wird gerätselt, mein lieber Sebastian. Vielleicht haben die Ulianer ja auch so ein Virus an Bord gebracht. Vielleicht haben die ein Virus an Bord gebracht. Könnte ja sein. Simon, wir sind in der Mitte der Episode und wir wissen schon seit dem Vorspann eigentlich das Rätsel's Lösung. Und wir gucken der Crew dabei zu, wie sie das Rätsel knackt. Das kennt man ja von Columbo. Da erfahren wir auch am Anfang, wer der Mörder ist. Und dann ist das Spannende, wie kommen sie dem auf die Schliche? Wie ist das bis jetzt für dich? Kommt da Spannung auf? Nein. Wenn man der unwissenden Crew dabei zuguckt? Gar nicht. Es ist überhaupt nicht spannend. Okay. Ja, geht mir genauso. Es ist das Lustige an der Sache, ist ja auch. Na ja, klar ist das alles sehr, sehr unangenehm für unsere Protagonisten, die da in Ohnmacht fallen. Und es ist schon natürlich, da können wir gleich noch drüber reden. Ja, natürlich ist das eine Art der Vergewaltigung, eine Art des Missbrauchs, der da passiert. Ja, aber so in richtiger Lebensgefahr sind die ja nicht, die wachen ja wieder auf nach zwei, drei Tagen. Ja, das ist so ein Cop-Out auch ein bisschen, dass die dann einfach wach werden und es ist nichts, ne? Ja, passt schon, ne? Ja, war immer. Aber gut, die Uliane. Das macht natürlich das Verbrechen nicht weniger schlimm. Nein, gar nicht, gar nicht. Ja, also das ist halt, wie gesagt, alles sehr, sehr schlimm und so eine Sache. Aber für den Zuschauer, wenn du da zusiehst, denkst du dir ja gut, na ja, wir werden schon wieder wach. Ja, ja. Aber gut, Crusher findet ja raus, dass so ein elektropathisches Muster zurückbleibt im Hirn, im Zwischenhirn irgendwie. Und das könnte auf so eine Krankheit hindeuten, aber nee, dann wäre Histamin irgendwie zu wenig und das ist, die haben ja normale Levels davon und ich verstehe das alles nicht. Ja, also Irresin-Syndrom passt alles außer eben diese einen Werte da, das kann nie sein. Und jetzt kommt der Worf und sagt einfach mal, wie es ist, ja? Der sagt nämlich, denen ging es gut und dann kamen die Uliane. Hätte ich auch gemacht an seiner Stelle. Ja, ich hätte auch gesagt, übrigens, der Riker hat doch noch den Jeff vernommen sogar, ne? Ja. Warum jetzt ausgerechnet Riker? Ja, sagt der Jean-Luc, nee, nee, gibt keine Beweise. So. Und das finde ich mächtig schwach vom PK. Das ist einfach, was ist mit dem los? Ist der telepathisch beeinflusst an der Stelle? Ja, der ist so im Diplomatenmodus gerade. Der ist halt so, ja, nicht vorverurteilen und so. Der Jean ist schon sehr genrehaft, aber auch ein bisschen lückhaft. Lückenhaft ist er ein bisschen, weißt du? Ja, in seiner Denke hier. Schon, ja. Ja, gut, aber er sagt, alles klar, Crusher erzählt aus dem Thalamus, ne? Also das ist ja auch klein hier, ich weiß nicht, weiß nicht, was da aufgebaut ist, aber da ist das Erinnerungsvermögen drin. Und das ist beeinflusst. Das ist ja noch ein Hinweis auf die Uliane, ne? Also, ja, wer hat hier neulich was mit Erinnerungen übrigens gemacht? Gut, sagt der Jean, dann müssen wir jetzt mal den Thamin und die Kinopjajvic konfrontieren. Ja. Und der Thamin, der ist auch dann so rechtschaffen empört. Ja, der hat mir schon vieles vorgeworfen, aber das ist das erste Mal, dass man mir gesagt hat, dass ich jemanden ins Koma gebracht habe. Ja, also langweilige Geschichten erzählen ist ja eins, aber. Ja, und BK druckst dann auch so rum. Ja, ne, ich will es dir auch nicht so direkt sagen. Er lacht so auch. Ne, 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 also, es ist kein Verdacht. Ne, ne. Ist nur so ein Weg, wir wollen nur mal so, ich weiß auch nicht, wie wir es nennen, so gucken. Wir wollen mal gucken. Und es wäre sehr gut, wenn sie freiwillig mitmachen würden. Ja. Und tatsächlich, ja, ja, ihr können, also er überzeugt sie ja dann auch, wir werden, ihr könnt uns das euch mal angucken und messen, wenn wir so eine Erinnerungsgeschichte machen. Dann gehen Bev und Jean verlassen dann das Büro und wir bleiben wieder auf Jeff, der zum, ich weiß nicht, wie oft male, verschlagen gucken darf. Ja, ja, aber wissen wir es ja jetzt schon längst. Das ist für die Zuschauer, die eingeschlafen sind, wahrscheinlich. Ja, ja, es stimmt. Ja, genau. Ja, jetzt gehen wir in die Krakenstation und da sitzt die Keiko und wird auch noch mal untersucht von der Beverly, weil die Beverly weiß natürlich, na, die ist nicht nur Beverly, die ist nämlich auch Cleverly. Die weiß ja, die Keiko, die hat das ganz am Anfang mal mitgemacht und wenn irgendwas Ullianisches im Gehirn zu messen ist, dann bei der Keiko, da können wir die Gemeinsamkeiten finden. Richtig, ja. Fühlt sich seltsam? Nee. Geht mir gut, war eine super Sache, war das, war tolle Erfahrung. Ja, untersuchen wir dich. Dr. Martin, auch sehr umtriebig mit dabei die ganze Zeit, also richtig am Start ist der. Und nee, alles normal. Tamalus auch total normal, keine elektropathischen Rückschläge oder sowas. Alles ist, wir wissen nix. Danke, Keiko. Thanks, Keiko. Darfst nach Hause gehen. Wir wissen immer noch nicht, was los ist. Und jetzt, Simon, kommt eine krasse Szene. Jetzt kommt eine unfassbare Szene. Was passiert da, Simon? Ich vermag es nicht zu beschreiben, aber ich traue es dir zu. Nee, ich glaube, ich kriege das auch diesmal nicht hin. Es geht um einen unserer Lieblingscharaktere, mit dem wir schon wahnsinnig viel Freude hatten, Spaß, auch Ärger. Er hat uns emotional nie kalt gelassen. Es geht um Geordi LaForge. Und Geordi LaForge macht jetzt seine eigene Untersuchung. Nachdem Crush er nicht weiter kann, verfällt LaForge, der auf der Krankenstation ist, äh, Quatsch, auf seiner Krankenstation, der auf dem Maschinendeck ist, in diesem kleinen Bürobereich, ne, vor dem Warpkern, geht er hin und führt jetzt gemeinsam mit dem Computer einen doch mit durchaus aggressiven Untertönen gespickten Untersuchungsprozess durch. Es geht um elektropathische Signale und, äh, elektropathisches, weiß ich nicht, Wellen und Signale, die der Computer vielleicht aufgenommen hat. Ist das hier zu finden? Nein. Ferrazen? Nein. Manzzen? Hylatanin? Dadilion? Grisimin? Nein. Nizelin? Nein. Gibt's alles hier nicht. Und das ist eine Szene, wo ich dachte, warum wird sowas eigentlich nicht gekürzt? Also, das Fazit der ganzen Szene ist, nee, hier ist nichts zu finden im Computer. Ja, vor zwei Folgen haben sie uns noch die tolle Jean-Szene rausgefilmt, wo da dem Warp was ganz Wertvolles gesagt hat zu Alexander. Stattdessen war da so die Tonwellen-Action komplett drin. Und diese unendliche Geordi-Computer-Diskussion bekommen wir ungekürzt, gefühlt fünf Minuten lang zu sehen. Totaler Füller, auch wenn man ehrlich ist, ist die Szene mit Beverly und Keiko ein Totaler Füller gewesen. Sie hätte ja in einem Nebensatz der Crusher gesagt, ich hab Keiko untersucht, mit der ist alles in Ordnung. Fertig. Ja, obwohl da passierte wenigstens noch was Menschliches, da saß die Keiko da. Hier passiert auch was Menschliches. Geordi wird ohne jegliche Provokation, wird der wütender und wütender und frustrierter und frustrierter mit dem Computer. Er ist voll angepisst und wieder mal eine der vielen Fragen in dieser Folge, warum? Was ist denn mit Geordi los? Ja, der scheint irgendwie so frustriert zu sein. Und das passt nicht so zu den Stakes, die die Folge aufmacht. Also nicht Stakes im Sinne von ein Steak, sondern Stakes im Sinne von Einsatz. Der Einsatz der Folge ist nicht so hoch, wie dass der Geordi jetzt total hier ausflippt. Und direkt nach dieser Szene, Sebastian, sind wir wieder auf der Krankenstation, wo die Crusher weiterforscht. Und dann haben wir so eine Szene, wo der sehr präsente Dr. Martin da ist. Ich geh jetzt, ne? Ich seh dich übrigens morgens. Ja. Morgen, tschüss. Hätte ich mir gedacht, Dr. Martin und Beverly. Hm, I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. Ja. Nee, das macht ja nicht Quatsch. Ja, aber jetzt sind wir bei Beverly, jetzt passiert ja tatsächlich was. Wir wissen ja, dass Beverly jetzt der Sache näher kommt und Ideen hat. Und deswegen ist sie natürlich die nächste, die ausgeschaltet werden muss. Und auch das ist ja wieder ein Fingerzeig mit alles auf die Uliana. Aber nee, nur gut. Es kommt jetzt die Szene, in der Beverly ihre Erinnerungen hat. Simon, was bekommen wir jetzt zu sehen? Naja, die bekommt jetzt gleich ihren toten Mann zu sehen. Nämlich den Jack Crusher, der ja umgekommen ist. Sie wird von PK mit Haaren und so einer Platte in der Schläfe, wird sie in Empfang genommen. Und ja, Beverly, ich habe mir natürlich Zeit genommen. Und dann gibt es wieder diese blitzartigen Erinnerungen, wie sie dann da durch diese Leichenhalle gehen. Und irgendwann dann beim Jack, ja, bei der Leiche ankommen, die halt Jeff Crusher ist. Ja. Jack, nicht Jeff. Ich habe auch gerade gedacht, hat der Jeff gesagt? Hier steht auch leider Jeff in meinen Notizen. Aber okay. Ja. Mit Doppelelf lustigerweise. Einen schönen Verfremdungseffekt haben sie eingebaut, wo die beiden nämlich durch diesen Korridor Richtung Leichenhalle gehen. Da haben sie die beiden auf so einen Hubwagen gestellt und da entlang gezogen, sodass das aussieht, als würden sie schweben und nicht wirklich gehen. Und das macht natürlich so einen geilen Geisterverfremdungseffekt, so einen Grusel-Effekt da rein. Ist schon schön. Überhaupt, das Set finde ich irgendwie cool, was wir da extra hergerichtet haben. Ich sagte, wo ist das? Was ist das bloß? Ist das die Bundestorpedobahn? Kann sein. Die Bundestorpedobahn, ja, wahrscheinlich. Ja, dann geht man da, kommen wieder Wiederholungen, dann taucht wieder der Jeff auf, nicht der mit Doppel-F, sondern mit V, Vogel-V. Ja, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und da guckt sie runter. Nein, so sollst du ihn nicht sehen. Und dann sieht man einen Jeff Crusher da liegen, der dann die Augen auf... Jack. Jack. Jack Crack. Dann sieht man da einen Jack Crusher liegen, der dann die Augen aufmacht. Ach, er ist lebendig. Und sich dann in Jeff verwandelt. Und für diesen Bruchteil einer Sekunde wird Jack Crusher von Doug Ward gespielt, der ihn schon in Family gespielt hat. Und das finde ich schon beeindruckend, dass so ein Schauspieler sagt, ja, ich lasse mir diese Narben draufmalen, lege mir auf den Tisch und mache die Augen einmal auf. Er wollte auch mal wieder gut Mittagessen geben. Ja, kann auch gut sein, ne? Ne, weiß ich nicht, aber finde ich toll, dass sie ihn hergeholt haben. Ja, guck mal, da ist ja Jack Crusher und nicht Jeff Crusher. Und dann passiert natürlich mit der Beverly genau das Gleiche wie mit dem Bill und der Diana, sie fällt ins Koma. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Grund für Dr. Martin, dass man irgend so einen Doktor aufbauen musste, der sich drin kümmert, wenn Beverly außergefecht ist. Aber da ist halt die Frage, warum nicht der indische Arzt oder Okawa? Ja. Wir haben ja schon Leute, die wir schon mal gesehen haben. Ich verstehe es auch nicht. Naja. Jetzt laufen Data und LaForge ein bisschen wie Falschgeld rum und tauschen sich noch über den Fall der Woche aus und sagen, jetzt gehen wir mal die Beverly fragen. Und dann gehen sie bei der Beverly ins Büro. Und dann liegt sie da natürlich. Und dann ist das natürlich, ist die Kacke total am Dampfen. Ready Room. Ja, man sitzt dann da beim Chef mit zwei Stühlen. Ganz nah hat man sich so an den Tisch herangesetzt. Ich frage mich, warum man nicht in die Besprechung zu mir gegangen ist. Aber ich weiß warum, weil da steht noch der Esstisch. Und deswegen macht man das alles bei PK. Und ja, was ist da los? Und naja, wissen wir auch nicht so genau. Aber das muss ja mit den Ulianern zu tun haben. Versucht doch da mal was rauszufinden, wo die vorher schon mal waren. Was da ist, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Und dann in diesem Moment, wo sie sich unterhalten, gibt es ja eine völlig überraschende Nachricht. Erfreudige Nachricht auch, dass Troy wieder wach geworden ist. Ja, das Erste, was sie gesagt hat, war, gebt mir Schokolade oder irgendwie sowas. Nein, das wird nicht gesagt. Wir gehen runter in die Krankenstation und Diana kann sich an herzlich wenig erinnern. Sie denkt, ja, als wäre ich aus einem schlechten Traum aufgewacht. Aber ich weiß gar nicht, was los ist. Und sie fällt auch aus allen Wolken, als man ihr eröffnet, dass sie drei Tage weg war. Das kann ja alles gar nicht sein. Das Letzte war, ich habe mir die Haare gekämmt. Und dann habe ich irgendwie was da irgendwann was gedacht. Und ich fühle mich so ängstlich. Was ist denn da los? Ja, wäre schön gewesen, wenn man das gesagt hätte. Ja, da muss ja, es muss ja, jetzt ist PK ja auch soweit, es muss ja irgendwas mit Ulianern zu tun haben. Vielleicht ist ja so ein Nebeneffekt, der einfach auftritt, wenn die Ulianer das zum Beispiel mit Betasoiden und Menschen machen. Also geht er nochmal zu Tamin und Kinopjavitsch und Jeff und sagt, Leute, wie wäre es denn, wenn ihr euch jetzt erstmal hier so schön wegsperrt und erstmal nicht mehr rauskommt? Wo ich dann auch dachte, und zum Glück wird das hinterher auch nochmal thematisiert, bei Telepaten bringt das nichts, wenn du die wegsperrst. Weil der Jeff, der war ja auch nie im Raum, als mit den dreien das Ungemach der Folge passiert ist. Aber das ist wahrscheinlich eher so eine Art, weiß ich nicht, so eine Präventivmaßnahme, um denen so zu suggerieren, wir sind euch auf der... Wir gucken, ja. Wir gucken, genau, ja. Wir haben jetzt im Grunde nochmal so eine Wiederholung von der Szene eben, wo der PK so ein bisschen durch die Blume, den sagt übrigens, bitte verlass das Quartier nicht, bleibt hier. Und Jeff sagt, na, sowas ist aber doch noch nie vorgekommen. Also du unterstellst uns ja hier irgendwie, dass wir das absichtlich machen würden. Das geht nicht. Also das machen wir nicht. Das ist seit tausend Jahren verboten auf unserem Planeten. Tolles Argument doch eigentlich, ne? Es ist verboten. Das darf man doch nicht. Das darf man doch nicht. Deswegen machen wir das doch nicht. Ja. Ja, der, der Tamin irgendwann sagt, der... Tödlich. Und dann geht er halt raus und will gar nicht, gar nicht mehr damit was zu tun haben. Also er wird hier so ein bisschen der Crew gegenüber. Man weiß ja, dass Tamin nicht schuldig ist, aber die Crew denkt jetzt, das ist so ein böser, unsympathischer Mann. Ja, ja, das ist so, wo der Kasper das Krokodil hinter sich nicht sieht. Das ist so eine total offensichtliche falsche Fährte, ist der Tamin. Er ist dann der Polizist oder so, der ein bisschen grau-bärbeißig so ist in diesen Kasperl-Spielen, wo man so ein bisschen dieser Antagonist ist irgendwie. Aber in Wirklichkeit ist das Krokodil das Böse. Kinopjavitsch wird jetzt auch nochmal so gezeigt und die erzählt dann jetzt, ja, Mensch, ja, das ist ja auch alles nicht so einfach. Und sie erzählt dann noch so, und dann erzählt sie einige Sachen und ich konnte gar nicht mich darauf konzentrieren, was sie erzählt, weil ich dachte, meine Fresse ist das Schauspiel von Oma Kinopjavitsch ungut. Die anderen beiden, die machen ihren Job ganz okay, aber bei ihr hast du das Gefühl, da haben sie dieses Ömaken genommen und haben da ein Science-Fiction-Skript vorgelesen. Und die hat da drauf geguckt und hat gesagt, ich verstehe kein Wort von dem, was da passiert, aber ich traue mir zu, das abzulesen. Und genauso ist ihre Delivery an der Stelle. Ja, das ist sicherlich das eine, dass sie das einfach nicht gut macht, das andere ist, die Rolle ist ja auch scheiße. Die hat ja wirklich nichts zu tun, außer von den beiden Herren da zu erklären, wie der eine so ist und der andere so ist. Aber sie selber macht ja überhaupt nichts irgendwie. So eine richtige lame Rolle ist das irgendwie, so der Charakter. Und das Einzige, was ich faszinierend finde, ist diese Ähnlichkeit zu diesem Wunschtreu. Ja. Jeff sagt jetzt, pass auf, ich kann euch das beweisen. Wie willst du uns das beweisen? Naja, ich könnte ja versuchen, die Erinnerung von Diana an die Oberfläche zu bringen, die sich ja nicht erinnern kann, was passiert ist. Und dann könnten wir so das rausfinden, was da passiert ist. Nee, sagt der PK richtigerweise. Nee, nee, machen wir nicht. Und dann sagt Kinopjavitsch, also wir müssen das ihm jetzt schon erlauben. Und dann sagt PK, okay, ich rede mit Troy. Wow. Ja, wow. Das haben sie sich aber schön im Drehbuch jetzt so zurechtgebogen, ja? Ja, und vor allen Dingen auch, dass die beiden, die drei Prime Suspects sagen, wir sprechen uns sozusagen frei, indem wir eine Erinnerung freilegen, die sie ja manipulieren können, was er ja auch macht. Ja, ja, natürlich. Also das ist ja doch sowas von offensichtlich. Das heißt, nein, das, ihr Lieben, kann nicht die Lösung sein. Es ist ein bisschen so eine Stupid Story. Ja, es ist so. Also unsere Crew stellt sich ganz schön doof an. Ja, finde ich auch. Tatsächlich. Finde ich auch. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf die Brücke und dann sind mal zwei nicht so stupid wie der Rest, weil die unterhalten sich darüber. So, was war denn, wo die Ulianer zuletzt waren? Gab's da auch irgendwelche Komata? Heißt das Komata oder Komas? Ach, Koma ist Komata. Ich glaube, es heißt Komas. Ja, ist richtig. Das sind zwei Koma. Komata. Habe ich jetzt zu kompliziert gedacht. Okay, gut. Macht aber nichts. Das ist schön. Ich habe dazu gemacht. Also, die sagen jetzt, die Beverly, die ist eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Cleverly. Denn die hat ja gemerkt, dass das nicht das Syndrom sein kann, weil irgendwas fehlt. Und vielleicht auf den anderen Planeten, wo solche Sachen passiert sind, wo die Ulianer zuletzt waren, da sind die Ärzte dann, weil sie nicht so schlau sind, auf die einfache Erklärung einfach umgeswitcht und haben gesagt, oh ja, das ist ein Syndrom. Richtig. Und hat nichts mit denen zu tun. Und dann steht das natürlich auch so in den Büchern und es taucht auch nicht in der Analyse auf, die Data und Geordi eigentlich gerade fahren sollen. Das ist genau der Punkt, ja. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr seltsam alles. Aber die beiden machen das jetzt schlau. Die checken jetzt, wo waren die, was ist da genau passiert. Also sie machen jetzt richtig harte Ermittlungsarbeit, die auch vernünftig ist an der Stelle. Troy erklärt sich bereit, die Sache mit Jeff zu machen. Was ist das Letzte, was in der Hand hat? Das ist in meiner Haarbüste. Ja, komm, hol die mal her. Mach mal Augen zu. Erinnere dich mal. Ja, dann erinnert sie sich daran, wie es mit der heißen Schokolade war und so. Und ist allein. Und dann sehen wir wieder diese Szene mit diesem Pokerspiel. Ja. Bis auf einen entscheidenden Unterschied. Ja, und dann läuft das wieder so ab. Und nein, und dann ist Will. Und Will, gute, gute Erinnerung. Und dann, nein, jetzt tut er mir weh. Und dann verwandelt er sich in dieser zweiten Rückführungserinnerung. In The Great and Mighty Tarmin. Das ist so ein Nebenjob, tritt er als Magier auf. Ja. Genau so ist es. Meinst du, ich, also wenn ich das jetzt so immer denke, meinst du, es soll so ein bisschen die unterdrückte Erinnerung sein einer Frau, die von ihrem Liebsten missbraucht wird? Ist das hier so eine Message in dieser Bill Riker Erinnerung? Ja. Ja, so kam das bei mir an. Auch, und wie gesagt, das sage ich nicht nur jetzt, weil das im Jahre 2021 in Anführungszeichen gern gehört wird, in eine solche Richtung zu denken. Ja, klar, ich kenne dich gut genug und ich weiß es. Das hat mir schon 1994 genau diesen Gedanken verpasst. Könnte was dran sein. Gab es diesen, in Anführungszeichen, Ausrutscherabend für Will Riker? Spannende Frage tatsächlich. Eine, wo man die Antwort, glaube ich, gar nicht so genau wissen will. Nee, nee. Aber jetzt, es arbeitet so ein bisschen in mir, du hast da was gepflanzt gerade so. Und ja, es könnte tatsächlich sein, dass das so ein bisschen so metamäßig da drin ist. Ich meine, dass er kein Kind von Traurigkeit ist, auch so eine Scheiß-Phrase, aber das wissen wir seit Folge 1. Das wissen wir seit Folge 1, aber es ist ja immer noch dieser Schritt mehr. Natürlich. Dann jemanden wirklich zu zwingen, Dinge zu tun, auf die dieser jemand keine Lust hat. Interessant, interessant, Mensch, Mensch, Mensch. Ich glaube trotzdem an das Gute in Will Riker und sage, das ist so nicht passiert und meine Interpretation stimmt. Aber es könnte sein, dass es trotzdem eine Meta-Message ist, dass es dann Erinnerungen sind, die vielleicht hinterdrückt werden und dann irgendwann ans Tageslicht kommen. Krass ist natürlich, wie da Jeff drauf ist, dass er seinen Vater komplett in die Pfanne haut. Ja. Das ist richtig krass. Also klar, der Vater ist immer so ein bisschen enttäuscht und man kann so die Erwartungen nicht erfüllen und da geht so ein leichter Zwist da drin. Aber dann quasi dem Vater sowas in die Schuhe zu schieben, das ist schon ein starkes Stück, oder? Das ist schon ein starkes Stück, aber wie gesagt, da komme ich ja gleich nochmal drauf, warum der Jeff vielleicht so ist, wie er ist. Aber genau das passiert, da wo eigentlich in der ersten Erinnerung oder falschen Erinnerung, wie es auch immer, der Jeff dann aufgetaucht ist, taucht jetzt Tamin auf, in Trois Erinnerung. Sie sagt, ich weiß, wer es war, Tamin. So, Sebastian, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Alle sind jetzt irgendwie so auf dem Trichter, ja gut, dann war es wahrscheinlich der Tamin, weil der in dieser Erinnerung auftaucht. Hä? Mhm. Warum sollte das jetzt, ich meine, bei der Keiko-Geschichte ist doch auch Tamin auch nicht aufgetaucht in Erinnerung. Da ist ihre Oma aufgetaucht. Das ist doch kein Ding, dass die Ulianer, wenn die eine Erinnerung an die Oberfläche holen, dass sie dann da drin mitspielen. Ja, okay, das ist dann ein Ding, wenn sie missbräuchlich tätig werden, so wie sie es nicht tun sollen. Ja, woher weiß man das denn? Troy kann sich überhaupt nicht erinnern an die Erinnerung. Ja, aber sie hat sie ja jetzt wieder, der Jeff hat sie ja angeblich aus ihr herausgekissert. Ja, aber in dieser Erinnerung ist dann plötzlich Tamin zu sehen, in der Erinnerung, das heißt doch nicht, dass die Erinnerung von Tamin in sie eingepflanzt wurde, das verstehe ich nicht. Ach so, hä? Ich verstehe das nicht, ich verstehe nicht, was du nicht verstehst. Ich verstehe, pass auf. Ja, pass auf. Troy erinnert sich nicht an dieses schreckliche Erlebnis, das zu ihrem Koma geführt hat. Ja. Jetzt kommt Jeff, holt diese Erinnerung ans Tageslicht. Mhm. Es war ja nicht real, es war eine Erinnerung, wo erst Will Riker drin vorkam. Und dann taucht plötzlich Tamin da drinnen auf. Und diese Kausalkette soll ergeben, dass von Tamin, dass Tamin was damit zu tun hatte? Mhm. Warum? Vielleicht war es der große grüne Agelwutz mit empathischen Kräften, der sich entschieden hat, ich nehme Tamin und baue den in diese Erinnerung rein. Und nehme den als mein Avatar. Ja, genauso wie wenn ich ein Computerspiel spiele, baue ich mir ja manchmal auch einen Charakter, der überhaupt nicht so aussieht wie ich und mache dann da Sachen drin. Das meinst du, ne? Das meine ich, ja. Ja, das stimmt, da hast du recht. Das beweist einfach gar nichts. Gar nichts. Aber alle denken so, ja, dann war es halt Tamin. Ja, vor allen Dingen, das ist ja nochmal das Krasse, vor allen Dingen heißt das ja auch, aha, wir vertrauen dem Jeff aber komplett. Ganz genau. Das heißt ja auch, dem Garmin, äh, Garmin, das ist kein Navigationsgerät, das ist ein dicker alter Mann. Ich vertraue meine Uhr hier. Ich habe ja auch so eine Garmin-Uhr, da vertraue ich dir. Was meinst du? Ja, dem dicken alten Mann, dem vertrauen wir nicht, aber dem Jüngeren, dem vertrauen wir, wenn er der Troy dazu hilft, weil der hat uns ja keinen Anlass gegeben, hä? Er hat euch aber auch keinen Anlass gegeben, in der anderen Richtung ihn gut zu finden, ja? Man nimmt ihn so, wenn er jetzt mehrere Jahre an Bord gewesen wäre und ein Freund der Crew, dann könnte man sagen, die Erinnerung, die du da rausgeholt hast, das akzeptieren wir so als Beweismittel. Aber der ist genauso verdächtig oder unverdächtig oder fishy oder unfischy wie... Das ist ein Punkt. ...Tamin und Kenopjevic. Und wie gesagt, wenn das jetzt diese Erinnerung, die Troy da hatte, wenn das wirklich was passiert wäre, also ein Pokerspiel passiert und Tamin will Troy vergewaltigen und sie fällt dann in Ohnmacht. Aber das ist ja ganz offensichtlich nicht passiert. Troy war in ihrem Schlafanzug mit einem heißen Kakao in der Hand und hat sich die Haare gebürstet. Da war ja kein Pokerspiel dazwischen, wo wirklich jemand ist, sondern es war halt nur eine Erinnerung an irgendwas. So, und die ist jetzt da und dann taucht da Tamin auf oder könnte auch ein Bild in der Wand sein, wo, weiß ich nicht, Sebastian Göttling auftaucht, ja? Sebastian Göttling war derjenige, der mir diese Erinnerung eingepflanzt hat. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn. So, aber gut. Ja, es wird jetzt so dargestellt, dass jetzt offengelegt wurde, dass Tamin da eingedrungen ist in ihren Geist. Das soll uns die Folge ja erzählen. Das soll uns das jetzt sagen, genau. Und alle sagen, alles klar. Und dann wird der Tamin auch offscreen tatsächlich wahrscheinlich verhaftet von Worf oder so. Und man fliegt jetzt zurück zum Heimatplaneten der Uleana, wo ihm dann der Prozess gemacht werden soll. Jeff sagt auch, ich unterstütze das. Das finde ich geil. Im Ready Room sitzt er jetzt nämlich beim Jean. Und da habe ich schon gedacht, das ist ja wirklich ein eiskaltes Sackgesicht. Ja, schon. Und dann sagt der PK auch noch etwas, da wäre ich ja fast vom Stuhl gefallen und vom Boden wieder abgeprallt. So heftig bin ich gefallen und wieder zurück auf die Couch katapultiert worden, nur um dann ein weiteres Mal runterzufallen. Pass auf. PK sagt, wir haben keine Basis, um irgendjemanden da deswegen zu belangen. Also in Gedanken reinzugehen, das ist kein Verbrechen, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und Simon, das ist ganz egal, ob das im Gehirn oder sonst wo passiert, das ist Missbrauch, das ist Nötigung. Da muss es doch ein Gesetz für geben in der Föderation. Was labert er denn für eine Scheiße? Betasoiden können das doch auch. Und ich bin mir ganz sicher, dass das juristisch geregelt ist, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ja, und natürlich glaube ich, wir haben keine Basis hier. Ich meine, die Frau ist ins Koma gefallen. Ja. Es ist ja noch nicht mal nur, in Anführungsstrichen, diese Erinnerung, sondern die ist ja ins Koma gefallen. Ja. Das ist doch ein täglicher Angriff. Das ist doch Körperverletzung mindestens, was da passiert ist. Und der hat keine rechtliche Handhabe. Also komm, Freunde, da dachte ich auch, es ist mir fast der Arsch geplatzt, als ich es gehört habe. Ja, das ging mir aber genauso. Das ist auch so eine, das ist auch so eine verschwurbelt, verkopfte Science-Fiction-Aussage. Ja, weil es nur im Reich der Gedanken passiert, kann die Justiz das nicht fassen. Was für ein Unsinn. Es ist ja nicht, PK sagt ja gleich noch was viel Dummeres, meiner Meinung nach. Aber gut. Warum ist die fünfte Staffel eigentlich so schwierig, was jetzt auf einmal los ist? Ich weiß gar nicht, was los ist. Was ist denn hier los? Entschuldigung. Ja, also ich habe hier auch was? Keine legale, was? Aber trotzdem muss man Jean hier noch zugutehalten, dass PK das alles ein bisschen komisch findet, trotz allem. Also der Jeff erzählt auch noch, oh, auf unserer Welt, da war das früher ganz, aber das ist jetzt verpönt und es gibt richtig harte Bestrafungen dafür. PK sagt aber auch, was ist aber komisch. Also der Tamin sagt ja, der behauptet ja vehement, er wäre unschuldig. So, zum Glück waren Data und LaForge fleißig. Denn die kommen jetzt auf die Brücke gestratzt und Data sagt, wir haben was, wir haben was entdeckt. So, so. Richtig, wir haben was entdeckt. Szenenwechsel, oder? Bevor sie es erzählen. Ja. Schauen wir bei Troy vorbei. Die hat Besuch, der Jeff ist da und der Jeff möchte sich offenbar verabschieden und sich vor allen Dingen auch nochmal bei ihr entschuldigen. Oh, du Hör mal, das tut mir so leid und ich dachte, wir könnten Freunde werden und jetzt ist das mit meinem Vater passiert und vielleicht kannst du das ja vergessen. Ja, aber wir können ja immer noch Freunde werden, meint Troy und nach all dem was. Du bist so liebreizend. Ich muss weg. Tschüss. Und jetzt redet er so durch. Ja, jetzt redet er so durch. Warum musst du so nett sein? Ja. Warum musst du so gut aussehen? Ich kann mich an mich halten. Es nimmt seine Lotion und reibt sich damit ein. Also der geht jetzt voll über die Schwelle. Ja. Ja. Und er kann sich nicht mehr kontrollieren. Er kann sich nicht mehr kontrollieren. Deswegen ist dieser teuflische Plan, den er da hatte, seinen Alten irgendwie reinzulegen, der ist ja an der Stelle null und nichtig. Ja, also diese intellektuelle Komponente, die der offensichtlich hat, sowas zu planen, wird jetzt komplett durch seine Triebtäterhafte Art völlig zunichte gemacht. Und das erklärt all die verrückten Sachen, die er macht für mich. Der Typ ist wahnsinnig. Ja, der Typ ist komplett wahnsinnig. Das ist richtig. Er wird im C.A. auch so dargestellt, dass er ein Psychopath ist. Du bist so zerbrechlich. Fehlt noch so ein irres Lacken. Ja. Und dann fallen natürlich bei Troy nicht nur die Pokerchips, sondern auch der Groschen, in dem sie dann sagt, du, du warst es, du warst es die ganze Zeit über. Er versucht ja jetzt wieder diese Mind Control dann tatsächlich. Er versucht sie wieder da reinzuholen in diese Fantasie, wie auch immer das da ist. Aber jetzt hat Troy die Nase halt voll, kann sich befreien und kann den Typen richtig zusammentreten. Ja, finde ich auch mal super. Ich habe sie mit Genuss gesehen, wie sie ihn verzimmert einfach. Was ich nicht so gern gesehen habe, ist, dass man könnte sich ja jetzt denken, warum ruft Diana nicht einfach Troy to Security? Und dann kommen die Leute angewetzt ganz schnell. Wir bekommen in so einer ganz kurzen Einstellung gesehen, dass er ihren Kommunikator abreißt. Und damit funktioniert das dann nicht mehr. Aber so hat man doch eigentlich nicht das an Bord der Enterprise eingeführt, dass das so funktioniert. Du kannst an Bord der Enterprise jederzeit einen Durchruf machen, auch wenn du nicht das Ding an der Brust pappen hast, oder? Klar, da sind überall kleine so Alexas in den Wänden. Ja. Und die reagieren ja dann darauf. Und deswegen ist das auch ein bisschen komisch an der Stelle. Aber ja, das ist natürlich, also diese ganze Erinnerungsszene, die wirkt jetzt hier so ein bisschen komisch an der Stelle. Ich glaube aber, also worum es ja hier jetzt tatsächlich geht, ist Vergewaltigung. Das Thema Vergewaltigung, dass er sie vergewaltigen will. Und ich denke, das ist so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, eine damals, wie man dachte, dem Fernsehen zumutbare Metapher. Ja. Ja. Was es ein bisschen merkwürdig macht. Meinetwegen, also klar, er wirft sich jetzt nicht auf sie, sondern es passiert dann wieder im Kopf. Und dann gibt es halt diese Klopperei. Diana kann ihm schon einige mitgeben. Und dann im richtigen Moment, obwohl die Security nicht gerufen wurde, kommt der Worf da rein. Und der Worf, der gibt ihm halt einen richtig vor die Glocke. Und dann ist Feierabend. Spenzer Schlag mitten in die Fresse rein ist das, ne? Und dann ist Feierabend, genau. Schön. Ja, schön. Also, jetzt ist der gute, ja, überhaupt nicht gute, der böse Jeff ist enttarnt. Der wird auch einfach mitgenommen. Der guckt noch so. Und dann wird er mitgenommen. Ja. Und ja, dann ist alles wieder gut. Na, ist der Bösewicht, ist besiegt. Und dann kommen wir zu einer Szene, Sebastian, die mich ein bisschen an die Moral der Woche in einer He-Man-Episode erinnert. Ja. Wo der PK, dem völlig konzernierten Vater, zu Recht, der denkt, mein Gott, was habe ich denn da für einen Sohnemann. Ja. Der ist ja noch schlimmer, als ich ihn jemals gemacht habe. Und erzählt jetzt, wie das so ist bei den Menschen, Sebastian. Ja, wir bekommen erst noch kurz die Erklärung, warum Worf da reingelaufen ist. Denn Data sagt uns, wir sind in dem Moment drauf gekommen, dass die Ulyana auf einem anderen Planeten waren, wo genau das Gleiche passiert ist. Und da war Tamin nicht in der Gruppe dabei. Und dann wussten wir, es war Jeff. Und dann sind wir da ganz schnell hingerannt. So, aber ja klar, jetzt kommt die He-Man-Orko-Haste-nicht-Gesehen-Szene in der Observation-Lounge. Ja. Wie kann das eigentlich alles sein? Und dann erzählt PK einen von, na ja, wir, wir haben uns ja auch evolviert. Also wir haben uns weiterentwickelt. Natürlich ist dieser, der Funken, Gewalt ist überall in uns drin. Aber wir, sowas wie Mord und Vergewaltigung und sowas machen wir nicht mehr. Darf ich bitte? Jetzt kommt wieder dieses Rottenberry erste Staffel, 24. Jahrhundert Märchen. Kopfschmerzen wissen wir nicht mehr, wie das ist. Was? Du warst eifersüchtig auf wen? Das ist ja seit 350 Jahren keinem passiert und solche Sachen. Ja, er räumt dann aber noch ein, na ja, wir haben aber alle unsere Untiefen. Und dein Sohn, Tamin, und auch der Sohn von deiner Frau, Kinopjavitsch, ist in eine solche Untiefe reingezogen worden. Und es hat ihn aufgefressen und das kann, das kann uns allen passieren. Ja, und ziehen. Und ziehen. Ja, genau. Ja, und das war es dann mit Violations, geistige Gewalt. Sebastian. Simon. Wie ist es dir ergangen in deiner Sicht auf diese Folge? Was würdest du da so final an finalen Sitzen noch so loslassen? Würde mich sehr interessieren. Ja, ich habe noch eine Bemerkung. Ursprünglich hätte es nämlich Halluzinationen aller Hauptcharaktere gegeben. Nicht bloß Troy, Riker und Crusher. Jeder hätte so seine kleine Hallo bekommen. Und wir hätten auch Geordi im Feuer gesehen. Das wurde dann ja vorgezogen und in der letzten Woche schon berichtet. Wir hätten aber auch Anson Rose verkorkste Mission auf Garon 2 erlebt, die dazu geführt hat, dass sie in den Knast gekommen ist. Das hätte ich, glaube ich, ganz gern gesehen. Das hätte ich auch gern gesehen, ja. Wie fanden denn die Autoren und Produzenten diese Geschichte? Da klammer ich mich oft dran. Weil die sagen ja oft hinterher, ich war nicht damit zufrieden oder ich war doch damit zufrieden. Und die fanden die Geschichte und ihre Umsetzung einfach super. Wenn du die zeitgenössischen Aussagen von Brennan Braga, Jerry Taylor, Michael Piller und Co. liest, dann fallen da so Adjektive wie gewagt, stilvoll, mystisch, gruselig, fremdartig. Tja, tut mir leid, dass ich da nicht so weit mitkomme. Mich ärgern zwei Sachen hauptsächlich sehr einfach, Simon. Oder mich, nee, sind eigentlich drei Sachen. Das erste ist, ich wiederhole es nochmal kurz, dass das mit Riker wieder so eine Unterstellung zwischen den Zeilen ist, die nicht so richtig aufgeklärt wird. Das zweite ist, dass das so ein bisschen quatschig ist und auch nicht mit so einer Konsequenz irgendwie erzählt wird. Es geht hier immerhin um einen Vergewaltigungsplot, ja, und das passiert ja auch. Der Tamin ist am Ende auch in der letzten Szene der Einzige, der mal das Wort Rape in den Mund nimmt. Das wird dem Ganzen aber einfach nicht gerecht, ja. Am Ende ist auch irgendwie so wieder alles gut und alle werden wieder wach. Und dann wird da gar nicht großartig gut. Wird auch nochmal kurz gesagt, auf unserem Planeten gibt es Leute, die können euch vielleicht weiterhelfen. Aber es wird einfach nicht in der Dramatik und auch in der Konsequenz, was so eine Vergewaltigung bedeutet, einfach mal weitergeführt. Und das Größte, was mich einfach an dieser Folge ärgert, ist etwas, wo man den Plot knarzen hört, Simon. Unsere Charaktere, die schon längst mitbekommen sollten, was da los ist, die tappen im Dunkeln. Die ignorieren das Offensichtliche. Die sind über Gebühr ahnungslos. So lange, bis der Zählerstand der Episode auf 40 Minuten springt. Ah ja, dann Showdown, dann kommen sie in dem Moment drauf und dann ist das alles geklärt. Und das wirkt so geschummelt und so unorganisch erzählt. Das ist einfach so blöd hingebogen und hat mich total geärgert. Was mich gefreut hat an der Folge, ist, dass sie mal wieder ein bisschen dramatischer war. Dass man zumindest, was Beverly angeht, auch mal so ein Kapitel aus der Vergangenheit aufgeschlagen hat. Wo ich dachte, oh, da wollte ich schon immer mal was von sehen, wie sie dann da ihren Jack hat liegen sehen. Und die Filmtechniken in den Erinnerungsszenen sind auch alle irgendwie interessant und so avantgardistisch, wie bisher nichts in der Next Generation war. Also sehr ordentlich inszeniert. Und spannend war es dann auch trotz alles Quatsches irgendwie. Ja, was mache ich denn daraus? Was mache ich denn daraus, dass ich diese Folge so ein bisschen stylisch fand, aber so ein bisschen quatschig? Ich glaube, ich gebe den Daumen quer, aber er zuckt stark, stark, stark nach unten, stark nach unten, weil es so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt auch alles ist. Okay, cool, coole Bewertung, kann ich super nachvollziehen in vielen Bereichen. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit, als du erzählt hast, nochmal drüber nachgedacht, wie ich diese Erinnerung finde, gerade auch diese Riker-Thematik, die du angesprochen hast. Und je länger ich drüber nachdenke, ich glaube, ich komme zu dem Schluss, dass das echte Erinnerungen waren, alles, ja, immer bis zu dem Punkt, wo es schlecht wurde. Also ich glaube, es gab diese Poker-Szene, die sind alle gegangen, dann ist das Ding runtergefallen und dann irgendwie waren sie beide am Aufräumen und ach ja, ach ja. Und dann wahrscheinlich hat man da übereinander gelegen und wahrscheinlich hat Troy zu Riker gesagt, ja, nee, komm lass. Und dann ist er gegangen, ja. Aber dann kam halt dieses Jeff-Moment da rein und dann ist halt, was wäre passiert, wäre Riker nicht gegangen und hätte das dann halt tatsächlich gemacht. Deswegen, das kann ich, glaube ich, verzeihen. Also so sehe ich das letzten Endes. Was ich so ein bisschen das Problem mit der Folge habe, ist, dass sie sich ein sehr großes Thema hier genommen haben, das auch sehr viel Potenzial hat. Ich finde es am Anfang auch eigentlich ganz cool, wie man da so sitzt und wie es darum geht, wie ist das eigentlich, wenn Leute in deinem Kopf sind. Und man merkt ja, unser lieber Picard, der denkt, das ist ein Albtraum. Ich will niemanden in meinem Kopf haben. Und ich finde diese Szene so schön, wo Beverly ihn so trießt und sagt, mach doch, mach doch, mach doch. Und er so, nein, nein. Und schon so ein bisschen aggro wird, fast unterschwellig und so. Und ich glaube, in der Richtung hätte ich gerne gehabt, dass die Folge sich so ein bisschen entwickelt. So über diese moralischen Implikationen, auch diese seltsame Idee, dass sie eine Bibliothek aufmachen wollen mit fremden Erinnerungen. Das ist für mich eher so, das sind nicht eure Scheißerinnerungen. Ja, das ist meine Erinnerung. Und garantiert noch nicht mal für Leute, die, keine Ahnung, sich ein Ticket lösen und sich die Scheiße dann auch noch angucken. Ja, glaubt man, dass wir bei mir eh keiner sehen. Oder man will es sehen und ich würde ein Vermögen machen, aber trotzdem möchte das ja bitte jeder selber entscheiden. Und das ist so ein bisschen, und dann ist auf einmal dieser Psycho da am Start, der sehr zweifelhafte Motive irgendwie hat. Außer, dass Papi ihn so ein bisschen bloßstellt. Ja, der hat, als er fünfer war, der hat den Vorhang in die Hose geschissen. Ja, genau, deswegen wird der halt, er dreht ja gleich so frei und so. Und dann ist er auch so ein inkonsistenter Charakter, weil irgendwie ist er verrückt, aber er ist nicht verrückt. Dann verfolgt er irgendwie einen Plan und verfolgt das nicht. Und das, finde ich, ist alles so ein bisschen unsauber. Cool, finde ich, dass Troy im Fokus steht, dass Riker im Fokus steht, dass sie auch wirklich mal ein bisschen was erleben, dass wir so ein bisschen was über die erfahren. Aber dann hätte ich gerne auch bessere Erinnerungen gehabt. So gerade bei Riker, da haben wir ja drüber geredet, dass das so eine Standard-Episode ist, die er dadurch lebt und so. Und das ist halt alles, das hätte alles so Potenzial schon gehabt, weil auch ein wichtiges Thema. Aber irgendwie, du hast es so schön gesagt, ist da so ein komisches Sci-Fi-Filter. Wir nehmen jetzt das Ding und machen irgendwie so eine Sci-Fi-Story da raus. Und ach, und so, so ein zutiefst menschliches, dunkles Thema. Und das will denen hier irgendwie nicht gelingen. Und deswegen gibt man darum auch quer. Ich finde das auch teilweise tatsächlich interessant. Und dann muss man auch noch sagen, dann haben wir diese Houdanit-Geschichte, wo wir das wissen von Minute eins an, wer der Bösewicht ist. Und dann müssen wir wieder der Crew zugucken, wie sie sich irgendwie möglichst nicht dumm anstellen. Das ist auch nicht gut. Klingt alles nach dem Daumen runter und er zuckt auch ein bisschen nach unten. Aber ich will nicht so streng sein, weil es ja doch ein paar gute Szenen gibt irgendwie. Und deswegen geht der Daumen quer. Sehr schön. Was sagt diese Woche eigentlich Christian von 1993 zu dieser Episode? Eine überaus interessante Episode mit für TNG ungewöhnlichem Horror. Ja, das kann man auch sagen. Hätte es vielleicht die Horror-Elemente genannt. Aber es ist ja schon irgendwie ein Horror-Element auf jeden Fall. Ja, ja, also diese, ja schon, so diese Szenen, die in die Erinnerung gehen. Auch gerade die mit Beverly und Jean. Ja, ist so ein bisschen mal, hätten sie mal allen von der Crew, so wie es ursprünglich geplant war, sowas gegeben. Und dann wären die alle der Reihe nach ausgefallen und nur noch einer übrig. So ein bisschen wie in the game, ja. Wo sich das dann auch zuspitzt und nicht irgendwie, ja, in dem Moment, wo das der dritten Person passiert, wacht die erste schon wieder auf. Dann hätte ich die Uliane aber wirklich weggelassen und dann wäre es wirklich ein Virus oder irgendwie was anderes. Und dann wäre das so eine zentrische, total crewzentrische Geschichte geworden. Das hätte ich gut gefunden. Ja, oder so ein Typ, der in so einem Nebel auf einem Raumschiff sitzt, wo man gerade vorbeifliegt und man bekommt gar nicht mit, dass der da drin sitzt und so eine Scheiße macht mit der Crew. Das wäre auch super. Und dann fliegt man da irgendwann weg und man weiß auch nicht, dass das war. Und der sitzt immer noch da drin. Ja. Mal sowas, ne? Ah, wir sollten Star Trek schreiben, Simon, finde ich. Immer und immer wieder. Wir sollten mal irgendwie, also. Umschreiben, so ein Remix machen. Das könnten wir, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, das glaube ich auch. Naja, Simon, apropos Remix. Welche Episode remixen wir denn nächste Woche am Dienstag? Die Folge heißt The Masterpiece Society. Das künstliche Paradies auf Deutsch. Klingt nach Tos, so ein bisschen. Klingt nach Tos und wir sehen auch ein bekanntes Gesicht wieder. So viel sei nur schon mal verraten, aber der spielt einen anderen Typen diese Woche, nächste Woche. Ich bin gespannt drauf, weil ich an diese Episode so gut wie gar keine Erinnerungen habe. Das ist immer eine Folge, die sehe ich und dann vergesse ich die wieder und bin mal gespannt, was passiert, wenn ich mich nächste Woche mit dir annähere. Ich weiß nicht, hast du die auf dem Schirm so richtig? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe diese Plastikulisten auf diesem Planeten irgendwie so, dass sie da so rumlaufen. Weißt du, in so diesen generischen, das gibt es bei DS9 ja auch ganz oft, diese generischen Dörfer und sowas. Da kann ich mich so ganz dunkel dran erinnern, aber ich, nee, was da passiert, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich um eine perfekte Gesellschaft gehen, Sebastian. Die aber nur vermeintlich perfekt ist, würde ich behaupten. Das könnte so ein bisschen in die Richtung gehen. Unter der Oberfläche schlummern wieder Dinge. Erzählt uns doch mal, was ihr denkt, was unter der Oberfläche von Violations schlummert. Schreibt es gerne in unserer Blog. Erzählt uns aber auch gerne, was unter der Oberfläche von Trek am Dienstag schlummert. Und hinterlasst uns gerne eine wohlwollende Bewertung auf den eingängigen Portalen. So ist es. Wir haben uns sehr gefreut über eure rege Beteiligung zu Star Trek 6. Das hat sehr, sehr viele Kommentare gegeben. Ihr habt unserem Aufruf da sehr fleißig gefolgt. Wir sind sehr dankbar dafür, haben sehr viel Spaß gehabt beim Lesen der ganzen Kommentare. Ihr könnt uns gerne auch etwas Gutes tun, wenn euch unsere Arbeit am Herzen liegt. Wenn ihr euch das wert ist, was wir machen, könnt ihr uns unterstützen. Auf trekamdienstag.de slash unterstützen. Da gibt es eine Kontonummer, da könnt ihr uns was überweisen, wenn ihr möchtet. Oder ihr könnt uns auch per PayPal was schicken. Da freuen wir uns sehr drüber. So. So. Puh, Simon. Jetzt nach diesem langen Arbeitstag, der dann ja auch verspätet angefangen hat, muss ich sagen, ich hätte jetzt auch mal Abendessenshunger und ich werde mir jetzt ein paar Brötchen reinpfeifen. Hättest du auch noch was zu essen, Simon, oder hast du schon was? Hast du dir verdient. Ich habe mir vorhin, da habe ich mir eine Schnitte Brot reingepfeffert. Aber vielleicht gucke ich noch mal, ob irgendwas im Kühlschrank mich anlacht. Ein kleiner Snick. Noch so nichts Großes über so ein kleiner Snick. Na. Alles klar, mein Lieber. Bis nächste Woche. Ihr da draußen. Schön gesund bleiben. Fröhlich bleiben. Genießt die Tage. Wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen. Bis dann. Tschüss. Tschüss bis nächsten Dienstag. Die Lachs-Schaum-Speise. Eine Track am Dienstag 2021 Produktion.